herzlich willkommen zum tech talk folge 3 heute mit steffen kolb und david sondermann und georg hirmer und wir sind jetzt schon bei der folge 3 im mai mittlerweile angekommen wir behandeln ja immer den monat zuvor und heute gibt es aber mal so ein bisschen eine ausnahme weil wir ja eigentlich immer am ersten montag im monat veröffentlichen und da ist sind ein paar tage vom mai mit drin gewesen und man muss sagen gott sei dank weil es gab jetzt noch ein ja ich will mal sagen aufreger thema oder ein top thema worüber wir kurz sprechen müssen es gibt leider noch wenige informationen aber es gibt wie so aussieht jetzt eine neue version von selektra und wer sich erinnert das war ja so das katastrophen thema im ich glaube januar und februar war das so genau ziemlich krass in den medien und der david hat sich mal so ein bisschen informiert und ja schieß mal los was ist denn eigentlich spektra next generation ja im prinzip also es gibt noch keine hundertprozentigen informationen darüber wie du schon gesagt hast das ganze basiert momentan noch auf informationen die der ct exklusiv vorliegen also dementsprechend wie gesagt mehr gibt es dann noch aber es ist herausgekommen dass es eben acht neue sicherheitslücken gibt vier davon sollen nach einschätzung von unter anderem ct oder heiße security hoch riskant sein und dabei ist eben aufgefallen dass wieder sehr viele intel prozessoren betroffen sind also genau also wer jetzt wer jetzt fragt mal wovon reden die wo sind die sicherheitslücken die sind nicht in windows sondern die befinden sich wirklich auf der cpu und in dem fall halt auf der intel cpu bei spektra und meltdown war es ja so korrigiert mich wenn ich da falsch lieg da war ja auch eine sicherheitslücke auf amd systemen und sogar auf manchen armen prozessoren genau ja und das ist jetzt halt so dass es jetzt aktuell hauptsächlich intel betrifft und da gibt es auch schon cve nummern also cve da werden sicherheitslücken nummeriert also nach cve nummern und da gibt es jetzt acht davon und ja was ist so das brisande vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen warum ist es denn so heftig genau und zwar geht es ja im prinzip darum also für die leute die vielleicht jetzt noch gar nicht wissen was das ganze ist mit meltdownspekte es geht eben darum dass prozessoren nutzen ja einen zwischenspeicher den sogenannten cash und um eben schneller arbeiten zu können werden bestimmte bestimmte daten quasi versucht zu spekulieren also quasi versucht dass die vorausgesehen werden und man kann sich das ähnlich vorstellen irgendwie man hat irgendeine stammkneipe und der wird weiß halt schon genau welche uhrzeit du auftauchst und was für ein bier du trinken willst und stellt dir das halt quasi schon an den tisch wo du immer sitzt blöd gesagt passiert das in der cpu ja also wird irgendwie prediktet dass da in dem kest in dem speicherabschnitt eine 7 steht und wenn das halt nicht der fall ist dann muss das ganze rückgängig gemacht werden das problem dabei ist eben dass jetzt mit dem neuen mit der neuen sicherheitslücke es eben passiert werden kann dass diese 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 exploit ausgenutzt werden kann bei virtuellen maschinen also quasi sich über grenzen von virtuellen maschinen das zunutze zu machen somit angriffe auszuführen und somit kann eben auch schadcode in virtuellen maschinen ausgeführt werden und auch das wirtsystem also den host selber attackieren das ist halt eben neu auch also man muss sagen bei spektrum meltdown was eben so man konnte hauptsächlich daten mitschneiden die aus einem anderen host oder in der anderen vm sich befinden da ist natürlich brisant wenn sich um ja wie soll ich sagen sichere daten handelt man stellt sich mal vor man hat einen virtuellen server auf einer cloud plattform auf einer riesigen cloud plattform wo was weiß ich auf einer physikalischen maschine sag ich mal 50 virtuelle laufen und man kann dann mitlesen was beim nachbarkunden da berechnet wird und kann dann da vielleicht gesicherte informationen herauslesen und bei der cpu ist es ja so selbst verschlüsselte informationen müssen ja irgendwann mal durch die cpu und da sind sie dann natürlich unverschlüsselt das heißt also auch passwörter die man mit einem passwort manager oder oder sonst was copy pastet die sind kurzzeitig dann da mal in diesen cash drin und unverschlüsselt und da spielt nämlich diese sicherheits lücke eine riesen rolle und kann dann eben eingreifen und jetzt kommt halt noch on top dieses risiko obendrauf dass man halt auch noch erst mal das wirtssystem also spricht zum beispiel ja vmware oder hyper v oder kvm oder so was man halt als virtualisierer benutzt oder auch citrix kann man dann eben instrumentalisieren um da weitere angriffe zu fahren und das macht die sache als sehr ja brisant und man kann eigentlich sagen dass es noch schlimmer ist als diese ganze geschichte mit mit spektrum meltdown kann man eigentlich schon fast sagen und der große hype ist aktuell vorbei mal gucken also die lücke die ist jetzt ich glaube zwei tage alt oder vor zwei tagen ja genau vor zwei tagen genau und aktuell sind noch relativ wenige darauf angesprungen gut man muss dazu sagen solche cpu geschichten also nehmt es uns jetzt auch nicht für übel wenn wir das sehr rudimentär runterbrechen aber das sind echt komplexe geschichten und sag ich mal auch der otto normalitler kann teilweise sowas ja nicht einfach erklären oder auch bis ins kleinste detail verstehen weil es halt außerhalb dessen ist was man normalerweise als itler einfach mit der cpu macht normalerweise die ist verbaut die funktioniert man muss irgendwann mal aufrüsten vielleicht wenn man übertaktet sie mal oder solche sachen aber ja wie der code intern verarbeitet und welche mechanismen da wirken sind für die meisten leute doch eher uninteressant für die meisten administratoren weil das halt im daily business überhaupt keine rolle spielt außerhalb vielleicht in ganz ganz großen datacentern und da gibt es dann halt spezialisten die sich nur mit computing oder mit cpus und rechner rechenleistungen auseinandersetzen und deswegen ist es halt auch so eine brisante geschichte weil halt so wenig know how auch bei den leuten hängt ja weil vielleicht sollte man auch noch sagen bei spekter und meltdown gab es ja dann security patches einmal in form von windows updates einmal in form von wie hießen die dinger microcode am microcode patches genau die dann ins bios eingespielt wurden da gab es ja auch so ein bisschen probleme ich habe das selbst von einem kassenkameraden mitbekommen der hat da verfrüht das bios update rausgehauen und dann hat war der laptop komplett tot dementsprechend dann haben die die updates ja wieder zurückgezogen da ist ja auch noch mal einige schief gelaufen richtig im endeffekt müssen wir jetzt auch wieder auf patches warten genau und da ist halt wie gesagt das problem dass es halt ziemlich tief eingreift in die systeme und das ist halt wie ein bios update und wenn da irgendwas schief läuft dann ja hilft oftmals nur noch beten und dann muss man wirklich hoffen dass die hersteller erst einmal überhaupt noch patches rausbringen das war ja auch damals bei spekter meltdown eben das thema weil halt viele unternehmen wirklich sehr sehr alte hardware noch im einsatz haben oder man denkt man industrieanlagen wo teilweise noch windows 98 systeme laufen und und ihren dienst verrichten ja und da versuch mal irgendwas patchen kannst du vergessen da wird es auch keine patches mehr geben für diese systeme man kann nur hoffen dass diese systeme nicht irgendwie im netzwerk verbunden sind oder zumindest sehr gut abgeschottet ja aber mehr kann man da einfach nicht machen und das gleiche problem ereilt uns jetzt auch wieder und ich also viele sagen und auch der der kollege davon heiße meint ja auch dass es wirklich eine geschichte sein wird die ja die wahrscheinlich auch in fünf jahren noch kein ende finden wird wenn jetzt nicht intel irgendwie mal grundsätzlich an der architektur arbeitet und es werden wahrscheinlich in den nächsten monaten immer wieder lücken gefunden die ähnliches voraussagen und es sieht aktuell eher nach einem schweizer käse aus ich nach sage ich mal nach einer durchdachten geschichte und das ist halt wirklich krass aber es liegt halt auch so ein bisschen daran dass es eben so hochkomplex ist und nur wenige leute verstehen was da passiert und wie diese diese spekulative ausführung ist ja auch so eine geschichte das hat sich intel irgendwann mal patentieren lassen oder erfunden und dann haben sie immer mehr andere hersteller für sich adaptiert und solche technologien wie gesagt da kann es halt wirklich sein dass es nur einen hersteller trifft gut wir haben jetzt nicht so viele cpu hersteller klar aber bis es dann halt aufgedeckt wird und gepatcht wird und ob es dann wenn es physikalischer natur ist eine möglichkeit gibt das zu patchen ist halt immer die geschichte auch beim meltdown und spectre bei der alten version war es ja so man hat das wirklich nur verhindert über software mechanismen aber der fehler ist immer noch da weil er wirklich in der hardware sozusagen eingegossen ist und das wird wahrscheinlich jetzt auch mit den nächsten gefühlten 100 lücken passieren jetzt aktuell sind es acht die bekannt sind ja und da müssen wir einfach abwarten aber das große problem ist halt jetzt auch ich meine mann wie du schon gesagt hast ist ja in der hardware quasi das problem diese ganzen diese ganze dieses cpu design das entsteht ja nicht irgendwie in einem jahr sondern das ist ja jahrelange vorarbeit also ich wo wir hatten anfang des jahres jemanden von intel da und der hat uns das ja gezeigt also die entwickeln ja jetzt schon irgendwie für 2025 das ist ja ein mega langer prozess und jetzt halt einfach mal alles über den haufen zu werfen ist halt schwer und ich meine wie ja ich habe heute morgen noch einen interessanten kommentar auch unter dem heißartikel dazu gelesen er hat gemeint das ist wie gesagt die die architekturen die gibt es halt schon sehr lange das kommt ja irgendwie also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege alles von dem grundkonzept was die ibm entwickelt hat und wir haben jetzt jahrelange in der it branche nicht so richtig heftig es gab mein ransomware oder sowas aber das ist halt jetzt schon was was die branche schon ziemlich erschüttert aber ja was soll man machen jetzt mal irgendwie neue prozessoren rauswerfen die nächsten generationen werden diese lücken wahrscheinlich auch noch haben ja das ist halt ähnlich wie mit dem abgasskandal mit den autos das ist ja auch ein hardware problem in anführungsstrichen du kannst nicht einfach sagen okay jetzt tauscht mal überall eure cpus und privatanwender die werden teilweise den teufel tun welcher privatanwender wenn ich dann meine eltern denke oder so da schickt den intel eine neue cpu die wissen gar nicht was damit anfangen sollen also das geht nicht und rückruf aktionen ja es ist verdammt schwierig also ich weiß ehrlich gesagt nicht wie man den karen da ohne software updates aus dem dreck ziehen soll ganz ehrlich also ich kann mir das nicht vorstellen wie so eine rückruf aktion bei pcs funktionieren soll also ganz ehrlich das kann ich mir das ist einfach nicht umsetzbar dafür gibt es einfach zu viele und ja da muss man schauen vielleicht gibt es genau vielleicht gibt es irgendwie andere möglichkeiten aber ich bin mir ziemlich sicher das wird nicht der der letzte fehler und letzte exploit gewesen sein da wird jetzt das ist ein riesen fass was da jetzt aufgeht und wie gesagt da muss man jetzt schauen also da müssen halt die hersteller auch vielleicht für mehr transparenz sorgen oder halt auch sowas jetzt leider auch im voraus mit einplanen oder halt auch durchspielen solche szenarien weil anders kommen wir da nicht drumherum die haben ja schon mal reagiert also zum beispiel gab es ja früher solche microcode updates gar nicht es gab aber mal eine sicherheitslücke und darauf hat intel eben reagiert mit diesen mit dieser funktionen microcode updates einzuspielen von daher die reagieren ja darauf es dauert halt alles ein bisschen und die befürchtung ist halt einfach bei dieser aktuellen lücke die ist halt ultra lukrativ die lücke davor da das war so ein bisschen glück da wirklich in dem moment passwörter mitzuschneiden und solche sachen aber wenn ich dann zum beispiel auf so ein virtualisierungs haus system alle virtuellen maschinen infizieren kann plus das haus system selbst das am besten noch im gleichen virtuellen netz drin hängt wie andere haus systeme auch und ich kann dann vielleicht von dort aus weiter überspringen dann ist es eine verdammt lukrative geschichte und dann kann man damit echt kohle machen und wenn man mal wieder an die ransomware geschichte denkt das kommt später in dem podcast nochmal zum thema ransomware bei servern dann kann das echt lukrativ werden wenn man in solche netze eindringen kann und ja wie gesagt also das zeigt mal wieder wie brisant solche geschichten sind und das macht mir auch so als it sicherheitsmensch so ein bisschen angst muss ich ganz ehrlich sagen weil wenn man mal überlegt wie viel scheiß da können wir auch mal ein podcast drüber machen wie viel iot geräte und so weiter wir im netz haben die eben überhaupt nicht mehr gepatcht werden können oder auch der hersteller keine ambitionen hat da jemals ein patch rauszubringen ja und da hast du solche gravierenden lücken drin ja viel spaß also ja ich würde sagen irgendwie ich so abschließend eins ist uns sicher nichts ist sicher genau das ist glaube ich jetzt so das fazit wir haben eigentlich schon alles dazu gesagt auch wenn es vielleicht ein bisschen dünn ist aber wir haben keine weiteren informationen es gibt aktuell noch keine großen informationen zu dem thema und wir müssen einfach abwarten und vielleicht in der nächsten podcast folge gibt es noch mal was wenn es wirklich was ganz brisantes gibt dann mache ich vielleicht sogar ein video drüber aber aktuell ist halt echt die informationslage noch ziemlich dünn und soweit ich weiß ist das ja auch bei heise wird das investigativ team reingekommen und ja genau das also dann veröffentlicht worden abwarten und an den it got beten gut ja nach dem top thema möchte ich euch eigentlich mal die agenda vorstellen ich keine ahnung ich bin heute ein bisschen verpeilt leute ich habe mir jetzt hier noch einen kaffee gemacht dass ich auch wach bin weil ich bin heute seit fünf uhr morgens auf dem bein jetzt haben wir es kurz vor fast zehn uhr abend und aber es hilft ja nichts ihr wollt ja ein podcast haben und ich sag mal so einmal geschludert dann schluder das ist ja immer deswegen wir hauen den wirklich konsequent jeden monat raus versuch es pass auf jetzt mache ich das irgendwann in drei monaten oder so fällt mal eine folge aus und dann schneidet ein zuschauer die aussage hier raus das hängt ja noch nach steffen ganz böse es kann passieren auf jeden fall erst mal die agenda worüber reden wir heute ja spektra next gen das war ja das top thema dann wollen wir uns ein bisschen unterhalten über schneller surfen mit cloudflare dns dann das neue windows update mal kurze feature übersicht und was es da schon wieder für probleme gibt bleibt ja nicht aus dann die neue cebit die ist ja schon im juni klar wir hätten jetzt noch ein bisschen zeit gehabt bis wir drüber reden aber nächsten monat ist auch schon wieder ausgeplant erfahrt ihr am ende warum und dann habe ich mal so ein paar security fails gesucht die habe ich zusammen gesucht da wusste ich noch nicht dass es mir so was groß ist wie spektra next gen dabei haben wie gesagt die folge soll diesen monat eigentlich ein bisschen anders sein weniger security lastig aber irgendwie das ist jeden monat ist irgendwas das ist krass also gut vielleicht sind wir dann irgendwann wirklich nur noch it security channel ich weiß es nicht wenn es so weiter geht das ist echt krass ja und am ende wollte ich mit euch oder ja mit mit euch beiden vielmehr noch ein kleines quiz spielen und das fand ich ganz ich fand es ganz witzig da geht es um javascript und metal bands leider ist der tobi heute nicht dabei und felix ist auch nicht dabei aber wie gesagt metal da kennst du dich auch ein bisschen aus david und naja kriegen wir schon genau wie gesagt am ende da noch ein paar ankündigungen da gibt es ein bisschen was zum zur nächsten folge da könnt ihr zum einen bisschen mitbestimmen was was kommen wird und zum anderen wird sich organisatorisch ein bisschen was ändern ja im großen und ganzen der tech talk und als nächstes thema haben wir das thema cloudflare dns das habe ich mir rausgesucht weil ich fand das eigentlich ganz ganz interessant und mich nervt das so ein bisschen dass halt immer mehr hersteller da in diesen markt reingehen und meinen sie tun den usern irgendwas gutes und machen eigentlich alles schlimmer als als es vorher war vielleicht erst mal die erklärung was ist überhaupt ein dns also was ist ein dns server wie funktioniert das ganze das internet besteht ja oder internetkommunikation besteht ja aus ip-adressen das heißt also eine ip-adresse kommuniziert mit einer anderen ip-adresse kann man vielleicht wie eine telefonnummer vergleichen wenn ihr allerdings zum beispiel im webbrowser www.kursofu.com oder google.de eingebt dann gibt ihr ja einen namen ein und keine ip-adresse was weiß ich 104.83 24.84 oder so sondern ihr gebt ja wirklich einen namen ein und das macht eigentlich dns also dns sorgt dafür dass aus dieser aus diesen namen eine ip-adresse wird mit der dann halt auch euer router und das internet was anfangen kann so und das vorne weg und sogenannte dns server oder resolver die sorgen halt eben dafür dass sowas umgesetzt wird und für gewöhnlich wenn ihr einen dsl- anschluss habt oder einen internet zugang bekommt ihr so einen dns server vom provider mit zum beispiel von der telekom die telekom dns server die haben zum einen den vorteil dass er direkt im gleichen netz hängen wie euer internet anschluss das macht die schon mal bei gewissen sachen sehr schnell zum beispiel bei websites die halt wie soll ich sagen die aus dem telekom netz relativ häufig abgefragt werden also wir reden jetzt halt zum beispiel von den üblichen sachen die die telekom selber anbietet natürlich aber auch von so sachen wie facebook oder google oder so die werden ja von fast jeden haushalt mehrmals angefragt am tag da sind die wirklich gut wo die allerdings ein bisschen performance probleme haben sind halt dann bei ist halt bei anderen seiten ich will sie sich performance probleme nennen ich will es einfach ich sag mal so sind halt ein bisschen langsamer und wenn man halt sehr viel im web surft dann irgendwann merkt man das mal oder wenn man ist sowieso dann irgendwann denkt man was ist da los und wenn man das ganze ein bisschen tunen will dann setzt mal einen alternativen dns server ein da gibt es zum beispiel von google einen der ist sehr bekannt der hat nämlich als ip adresse vier mal die acht und was war das andere ich glaube vier mal die vier 8 8 4 4 oder so was 8 8 4 4 irgendwie so glaube ich ja der zweite dns server das ist relativ bekannt das ist ja alles gut also google der google dns der ist wirklich super hat einen nachteil das ist halt das datenschutz problem also das heißt da wird sehr viel gespeichert sehr viel ausgewertet etc und es ist halt google muss man ehrlich mal sagen so und dann gibt es anbieter und das sind die die mich so ein bisschen auf die palme treiben die wollen uns mit diesen dns-servern mehrwert verkaufen was was bedeutet das das sind zum beispiel security hersteller die wir in schutzlösungen vertreiben oder ja andere security lösungen vertreiben und die sagen halt ja wir schützen euch vor malware über diesen dns-server das heißt also die würden dann eine domain rausfiltern die mal wer beinhaltet sagen sie oder phishing problem an der geschichte ist aber dass die performance ziemlich darunter leidet also wenn jemand sowas einsetzt zum beispiel seymantec hat so ein teil und da kann ich aus eigener erfahrung sagen ich habe das in einem firmennetzwerk mit mehreren hundert usern ausprobiert ihr habt alle zwei tage irgendwelche false positives dass sich leute im helpdesk melden und sagen ich kriege eine internetseite nicht auf und das ist dann wirklich hat sich stellt sich dann raus dass die internetseite eigentlich harmlos ist aber die ist irgendwie geflaggt bei bei seymantec und ganz besonders kurios war der fall dass eine website nur zur hälfte geladen hat oder oder teile der website nicht funktioniert haben das war so ein online shop und da hat der bezahlen button nicht funktioniert weil der server auf denen der bezahlen button war der wurde gefleckt von seymantec und geblockt das heißt also die haben bestellt und sind dann irgendwann nicht mehr weitergekommen und du suchst im netzwerk und du guckst nach ob auf der firewall irgendwas blockiert wird und so weiter vermutest den web browser und dann stellt sich raus dass dieser scheiß dns server einfach diesen blöden button blockiert hat und das ist eben das wo ich sage da wird das ganze verschlimmbessert leute wenn ihr euch vom malware schützen wollt erst mal brain exe nummer eins zweitens mal viren scanner drittens mal updates einspielen und das ist wirklich wirkungsvoll gegen solche sachen aber nicht dns server der so was blockieren soll oder auch andere geschichte es gibt dns server die werbung raus blockieren die lösen dann zum beispiel solche banner werbung falsch auf mit einer anderen domain dadurch wird die im browser nicht mehr angezeigt problem ist allerdings dass manche browser darauf warten dass da was angezeigt wird und es dann nicht funktioniert und dadurch entstehen dann wiederum andere probleme also glaubt mir es gibt aktuell keinen guten ja schutz dns server der euch wirkungsvoll von malware schützt wo er dann sagt ich brauche auf dem rechner nichts mehr zu installieren einen on access wächter oder sowas das könnt ihr vergessen so lang genug über diese anderen dinge rum gehältet was macht jetzt cloudflare besser einmal privacy das heißt cloudflare ist muss man sagen us amerikanisches unternehmen ist einfach so aber sie sagen die ip adressen werden nirgendwo gelockt also eure anfragen und die werden sieben tage und das ist normal für isps im ram vorgehalten so das ist schon mal die eine geschichte und die werden und cloudflare kann dann nicht ran an die ip adressen und das andere ist cloudflare ist ja ein content delivery netzwerk und ddos protection provider die haben überall ich glaube über 150 rechenzentren weltweit mittlerweile allein in deutschland sind es glaube ich vier und dadurch sind die relativ nah an eurem netz und die versuchen natürlich auch zu jedem internet provider möglichst gute anbindung zu haben so das ist der nächste punkt und das macht die sache einfach besser als euer telekom dns als euer dns von von vodafone oder wie diese alle heißen weil die eben so gut verbunden sind mit der ganzen welt habt ihr geringere reaktionszeiten und es haben jetzt schon mehrere webseiten benchmarks gemacht ich habe auch mal ein tool runtergeladen und habe mal mehrere dns server gegenübergestellt die von google sind auch sehr schnell allerdings ist cloudflare immer ein ticken schneller als die anderen und dadurch laden halt seiten wirklich schneller ich meine wenn ihr sowieso ein problem mit eurem internet anschluss habt also was weiß ich ihr habt ziemlich langsamen dsl anschluss gell georg dann bringt euch sowas eigentlich nichts aber wenn ihr jetzt sag ich mal dsl 16.000 oder höher habt oder glasfaser oder was weiß ich dann merkt man es durchaus und im unternehmensumfeld ist das wirklich grandios wie schnell also wenn man jetzt wirklich eine standleitung hat mit glasfaser dann ist es irre wie schnell die seiten auf einmal reagieren das sind so sachen wie gesagt das ist jammern auf hohem niveau weil normalerweise ist der dns von eurem internet service provider auch okay der ist auch schnell der ist nicht wirklich langsam hoffentlich außerhalb im störungsfall dafür hat man ja auch immer zwei werden da eingetragen cloudflare hat auch zwei und ja aber es ist halt wie gesagt spürbar schon wenn man weiß dass der neue drin ist dann spürt man schon den unterschied und das macht dann echt was aus was man vielleicht noch dazu sagen könnte oder muss die ip-adresse lässt sich auch super merken das ist die viermal die eins und cloudflare hat das ganze am ersten april gelauncht das war glaube ich ein sehr dummes datum weil jeder hat gedacht das ist ein april scherz und mit der ip-adresse vor allem ich habe dann auch erst mal angefangen in der in der reib datenbank nachzugucken ob die ip-adresse wirklich cloudflare gehört und dann wusste ich okay das ist kein april scherz aber so viele leute haben gedacht okay das ist ein april scherz weil ja cloudflare normalerweise sowas nicht macht man muss allerdings dazu sagen cloudflare macht das natürlich auch nicht nur weil sie sagen okay wir wollen uns das internet verbessern oder die usability sondern die wollen damit natürlich auch angriffsdaten sammeln weil cloudflare möchte seine eigenen kunden vor angriffen schützen sei es jetzt ddos angriffe und so weiter und das können die halt auch wenn sie zum beispiel solche profile erstellen aber es wird nicht verwendet um zum beispiel werbung auszuspielen was ja bei google der fall ist also die werten das nicht aus und versuchen euch da banner anzuzeigen sondern bei cloudflare steht eher der it security gedanke im hintergrund aber es wird nichts gefiltert und da sind wir wieder bei dem punkt wo halt sein man tech und komodo und wie sie alle heißen völlig falsch liegen weil die versuchen da aktiv was raus zu blocken auch ibm hat vor ich glaube ich weiß noch hast du es mitgekriegt david oder georg mit diesen quad 9 das war ja auch mal vor einiger zeit da hat ibm auch einen eigenen dns dienst gelauncht und die wollen da auch irgendwelche sachen raus blocken ja leute tut euch das nicht an ihr habt probleme ihr wisst gar nicht wo die probleme herkommen und die gehen dann auch komischerweise irgendwann wieder von allein wenn genügend leute den false positive melden das ist halt echt saunervig also diese technik entweder ist er noch nicht ausgereift oder es ist aus meiner sicht aktuell der falsche weg um malware vom system fernzuhalten muss ich ganz ehrlich sagen bin ich voll bei dir und ich halte davon auch nichts weil die idee von dem dns system ist ja auch gar nicht dafür gedacht gewesen ursprünglich oder eigentlich gar nicht für gedacht ich meine schön dass man es so nutzen kann aber das ist auch in meiner meiner ansicht absolut der falsche weg da gibt es genug andere möglichkeiten und dementsprechend der soll einfach namensauflösung machen das kann er gut und das ist alles schnell auch genau und das ist ja auch der grund also sag ich mal warum 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 das da keinen sinn macht so was zu implementieren weil wenn ich dann erst gegen eine datenbank jedes mal prüfen muss ob da irgendwie dass diese seite gemeldet wurde oder irgendwas da verliere ich wertvolle zeit und das macht sich halt dann echt bemerkbar und wie du selber schon gesagt hast dann suchst du an dem ende dann an dem ende und dann stellst du noch fünf stunden suche die nichts gebracht haben fest ach so es war ja dann doch nur der dns der irgendwas teil blockiert genau ich kenne es selber du suchst dir einen wolf und dann im endeffekt hast du halt fünf stunden verschenkt für nichts genau und was man vielleicht noch sagen kann also ich habe das jetzt ziemlich lang getestet ich meine viele wissen vielleicht auch dass hinter kurs of you mittlerweile auch ein it dienstleister steckt ein kleiner und bei unseren kunden ist es mittlerweile jetzt auch implementiert also alle hosting kunden bei uns nutzen auch schon den aktuellen dns dienst von cloudflare und auch kunden die zum beispiel ihr unternehmensnetzwerk mit unserem system verbunden haben die können auch schon davon profitieren jetzt könnte man sagen ja warum tragen die nicht direkt den cloudflare dns ein naja wir haben noch eigene dns namen natürlich die wir selber auflösen und die sind über unseren dns natürlich schneller aufgelöst wie wenn man erst dann zu cloudflare geht und die fragt also da geht es dann noch mal um ein paar mehr millisekunden die man da rein spielen kann also man muss auch sagen es geht hier wirklich um millisekunden es geht nicht um sekunden wenn es um sekunden geht dann ist es definitiv der falsche dns und ich meine könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren wenn ihr wollt wenn ihr wisst wo man das einstellt wir sagen euch das jetzt in podcast natürlich nicht weil es den rahmen sprengt aber ihr könnt ja mal ein bisschen rumprobieren es gibt tausende listen im internet mit öffentlichen dns servern und dann werdet ihr relativ schnell merken dass es da schon durchaus unterschiede von der performance gibt und so weiter und so fort und natürlich auch thema privacy datenschutz weil natürlich hat der dns resolver die möglichkeit verhalten oder oder surf profile zu erzeugen das ist auch ein grund warum zum beispiel unsere kunden über unseren dns gehen sollen weil die dann in der masse einfach untergehen dann kann man nämlich nicht sagen das war jetzt die ip hier aus nürnberg oder aus münchen oder so sondern dann sehen die halt immer die kurse für ip und da gehen halt tausende von anfragen ich glaube aktuell ist immer so bei 750.000 requests am tag oder irgendwie sowas gehen darüber und dann erkennt man halt eben nicht wer welcher user oder welcher firmen kunde unter umständen welche domain aufgelöst hat und so weiter gut ich glaube wir haben darüber ausführlich geredet außer ihr habt noch irgendwelche anmerkungen ich habe einen sanft dazugegeben genau doch was mir noch einfallen würde was auch noch ein grund wäre sich selber in den es einzurichten ist nämlich dieser wenn jetzt eure regierung sich ein bildet dass sie da irgendwelche stopp schilder vor irgendwelche domain setzt wie es hier auch mal in deutschland geplant war oder wie es in der türkei der fall ist dann könnt ihr einfach hergehen und könnt die so wie gesagt diesen cloud dns eingeben oder diesen google dns und dann könnt ihr die seiten auch wieder aufrufen ja also das ist auch ein punkt cloudflare wird da keine seiten blockieren auch wenn die wissentlich rechtswidrig sind werden die keine seite nicht auflösen und es gibt ja mittlerweile auch traurigerweise in deutschland provider ich glaube die telekom ist es nicht aber ich glaube vodafone war das die kino.de blockieren sollten genau die haben es auch nicht freiwillig gemacht muss man dazu sagen aber sowas gibt es eben auch und man konnte das natürlich ganz leicht mit einem anderen dns server umgehen der natürlich dann trotzdem das ganze aufgelöst hat ja wie gesagt ist ein guter use case gut dass es gesagt hast und wie gesagt das ganze verfügbar wenn interesse besteht schreibt sie in die kommentare da mache ich gerne mal zwei drei videos drüber wie ihr zum beispiel einmal bei windows was einbaut oder auch bei dem linux system oder auch bei einer fritzbox wie man sowas einrichtet ja wer einen speedport hat von der telekom der guckt leider ins in die röhre weil da kannst du keine dns einstellungen machen da musst du den telekom dns verwenden aber das ist halt typisch telekom die ja die nagel hat alles ziemlich fest aber es gibt zum glück genügend möglichkeiten das anders zu lösen und wie gesagt hier läuft es schon und bei kurs of you läuft auch schon länger und läuft erfolgreich gut kommen wir zu etwas erfreulichen ja gut windows 10 update erfreulichen windows updates ja leider ist das glück nicht mehr so ganz mit microsoft ich weiß es nicht ich finde windows 10 ja grundsätzlich kein schlechtes betriebssystem aber das ist sehr interessant kein schlechtes heißt jetzt aber auch nicht gut ja also ich sag mal so windows 10 finde ich schon gut aber wir haben halt jetzt gemerkt mit diesen mega großen update prozeduren die sind halt nervig und die sind halt auch im unternehmensumfeld saunervig und ehrlich gesagt frage ich mich wie das dann langfristig denn so funktionieren soll also gerade kleine unternehmen sag ich mal die anderen problem größere unternehmen die haben sowieso alles automatisiert da wird mit automatischen unattended setups und so weiter gearbeitet da wird halt dann jedes mal ein image paketiert und gemacht und getan und das dann ausgerollt über die software verteilung aber was macht ein unternehmen das 20 rechner hat also die werden sich wohl kaum so eine lösung einkaufen wollen die müssten ja dann wirklich jeden monat hier alle rechner ins neu installieren oder oder patchen lassen und es dauert ja immer eine stunde ja ist so eine frage das neue update heißt 1803 vielleicht dazu noch was und hat halt so ein paar features drin wo man sagt ja okay das ist schön aber ob man es braucht ja oder hattest du da jetzt irgendwas gesehen wo du sagst boah da habe ich schon jahrelang drauf gewartet also ich weiß ja diese timeline mit zeitreisefunktion also nichts verwechseln mit dir irgendwie so apple timeback machine wie das heißt sondern das ist eine timeline machine heißt es genau genau da habe ich am anfang auch dran gedacht aber erklär mal was das eigentlich wirklich ist das ist nämlich keine time machine backup wie bei apple im prinzip ist das einfach eine ja eine produktivitätsfunktion also zeigt die letzten aktivitäten des nutzers an und soll quasi da helfen weiter zu machen da wo man aufgehört hat man kann eine neue taste in der task an sich oder taskleiste oder mit windows tastenkommission windows taste und tab das kennt man ja schon kann man zwischen dem programm wechseln jetzt ist das aber eine chronologische übersicht der besuchten webseiten apps und dokumente das ganze kann irgendwie 30 tage lang zurückverfolgt werden und ja das ist halt jetzt irgendwie diese super neuerung und die hat auch eine suche das haben sie auch noch mal als einzelnes feature irgendwie aufgestellt und was sehr sehr selten geworden ist bei microsoft sachen man kann es sogar deaktivieren wenn man es nicht möchte ja das ist ja schon mal schön was zum beispiel auch noch in der presse mitteilung steht dass zum beispiel jetzt auch der microsoft edge das muten von tabs unterstützt andere browser schon seit weiß ich nicht jahren gefühlt das kommt jetzt auch in den edge rein und man kann zum beispiel auch pdf dateien oder oder ebooks im vollbild modus ausführen ja schön dann gibt es jetzt emojis an allen lokalisierungssprachen also irgendwie auch deutsch und weiß ich nicht das gab es vorher anscheinend nicht das ist auch eine neuerung man kann nach emojis suchen die wurden irgendwie abgedatet ganz fancy was cool ist was ich gerade noch gesehen habe ist umgebungsfreigabe gibt es jetzt auch da kann man quasi mittels bluetooth zwischen zwei rechnen auf windows 10 installiert ist sachen stern genau und eine airdrop funktion haben sie auch hinzugefügt also man kann quasi links oder dateien mit einem anderen pc in der nähe teilen über diesen airdrop knopf genau das kennt man ja von apple zum beispiel schon und das zieht da langsam auch ein ist vielleicht jetzt nicht schlecht für leute die halt nicht wissen wie man eine windows datei freigabe auf einem rechner einrichtet da kann das ein nettes feature sein aber das ist jetzt wie soll ich sagen das ist jetzt nichts weltbewegendes ja dann hat hier microsoft ich lese ich zitiere einfach mal weil das ist halt wieder so geschwollenes marketing sprecht darüber hinaus eröffnet das windows 10 april update 2018 neue wege um spannende inhalte mit fotos 3d objekten oder windows mixed reality zu erstellen und bietet neuerungen fürs pc gaming unternehmenskunden profitieren unter anderem durch neue features für vereinfachte it verwaltung gut da gehen wir jetzt mal nicht im detail drauf ein das wird wahrscheinlich dann auch eher alles in group policies in der active directory stattfinden ist jetzt für den podcast nicht so relevant aber das sind dann doch eher so sachen vielleicht ein bisschen unter der haube ähm ja wie gesagt mixed reality das ist ja so eine geschichte das zeichnet ja windows 10 aus sag ich mal dass die natürlich für gamer hochinteressant ein hochinteressantes betriebssystem ist und auch sein muss äh und die da auch auf dem ja aktuellen standard zeit sein müssen klar weil sonst haben die irgendwann mal ein problem ich habe noch was zum edge gefunden ja sehe ich gerade ähm der edge kann jetzt auch wenn man den vollbildmodus nutzt dann wird der mauszeiger nach oben oder wenn man den mauszeiger hoch bewegt dann erscheint die adressleiste das heißt man kann ohne den vollbildmodus zu verlassen auch eine neue webadresse eingeben und neben dem stummschalter gibt es auch die möglichkeit quasi stammdaten zu hinterlegen so dass der browser bestimmte formulare automatisch ausfüllt wer sowas nutzt sowas kennt man ja vom firefox oder vom chrome zum beispiel genau ja und ebook reader haben sie auch ein bisschen rum rumgebastelt und irgendwie äh da haben sie auch irgendwie ja grammatik tool im ebook reader drin ja gut wäre es halt so genau ja was man vielleicht noch dazu sagen sollte das update ist ab dem 30. april schon verfügbar gewesen als iso download also dass man sich da die äh installations cd runterladen konnte oder dvd besser gesagt und der weltweite rollout findet ab dem 8 mai statt äh lustigerweise habe ich schon ein update bekommen ich habe es gestern installiert habe vorher zum glück ein backup gemacht ich habe es aber zum glück nicht gebraucht ähm aber ich hätte es und ich habe auch nach dem ersten reboot schon die ersten fehler gehabt dass irgendwelche ähm ja war witzig ich habe dieses benachrichtigungs fenster aufgemacht und da standen dann irgendwelche umgebungs variablen drin und nicht wirklich der name von den sachen die da geöffnet werden sollen ist allerdings jetzt weg also der fehler ist jetzt weg keine ahnung vielleicht war das nur nach dem ersten reboot ich weiß es nicht man liest ja auch da hast du vorhin auch erwähnt massenhaft irgendwie dass das invidia grafikkartentreiber nicht mehr funktionieren grafikkartentreiber also sollen ja auf jeden fall die neuesten gezogen werden weil es probleme gibt ja und dann habe ich noch gehört dass irgendwelche auto audio interfaces nicht mehr funktionieren von einigen youtuber genau wo du das gerade sagst wegen audio interfaces einmal nicht nur die sound option sondern auch einige andere einstellungen sind jetzt nur noch in dieser neuen systemstellung dieser neuen einstellungs app drin ich habe das kotzt mich ein bisschen an weil ich mag diese neue kacheloberfläche da nicht mit dem systemsteuerung aber es ist echt gewöhnungsbedürftig also ich habe mal versucht eine ip-adresse über die neue umgebung zu ändern ich bin fast wahnsinnig geworden wir haben es ja letztens gemerkt wir haben vpn einrichten wollen und irgendwie über die neue oberfläche ging es nicht also vpn das war so zum kotzen steffen und ich habe glaube ich zwei stunden rumgetan bis wir das dann über die alte oberfläche gemacht haben und da hat es auf anhieb funktioniert also das ist auch so ein thema ich weiß nicht also ich meine ich finde es gut also man muss wirklich sagen der hintergrund warum das passiert ist ja durchaus ehrenwert man möchte halt auf touch geräten möchte man die komplette systemsteuerung bedienbar machen allerdings ist es halt für einen admin der schon seit jahren sage ich mal seine fest eingefahrenen routinen hat ist es eine katastrophe einfach kann man sagen was man will irgendwann gewöhnt man sich dran ich glaube es wäre vielleicht besser gewesen microsoft hätte das nicht so schleichend eingeführt sondern mit dem großen knall und dann hätte sich jeder dran gewöhnen müssen so war es ja damals bei windows vista wo sie zum ersten mal diese neue systemsteuerung eingeführt haben von windows xp auf windows vista und so hätten sie es vielleicht jetzt auch machen sollen und dann hätte jeder sich das neu beibringen müssen klar aber dann wäre das irgendwann in fleisch und blut wäre das dann übergegangen und dann wäre das okay aber so jetzt immer wieder nach einem update kommt ach ja das ist jetzt wieder neu ach ja das ist jetzt auch wieder ja kannst jedes mal wieder alles neu lernen das finde ich finde es halt nicht so so schön was mir gerade noch wichtig ist einfällt habe ich gerade noch gesehen in bezug auf die dsg vo kann man jetzt auch seine nutzerdaten in einem datenschutz dashboard verwalten also in aktivitätsfall auf einsehen verwalten was microsoft gespeichert hat es gibt eine löschfunktion man kann es exportieren und es gibt eben auch neue privatsphäre einstellungen die natürlich im rahmen der neuen datenschutz vereinbarung auch gehofft werden können microsoft nicht weil sie so nett sind und so wie soll ich sagen menschenfreundlich sind gut sind sie vielleicht auch aber wie gesagt die machen das ja ich will mir hier keine abmalung wie gesagt das müssen sie halt machen wegen der dsg vo das ist jetzt nichts was die unbedingt freiwillig machen was ich auch gemerkt habe du wirst nach dem update erst mal gefragt dann wegen den telemetrie daten und so weiter was möchtest und so weiter und so fort ich kann nur jeden empfehlen der sein system produktiv nutzt und auch kritische daten verarbeitet und das ist für mich jedes passwort ist für mich ein kritische datensatz oder e-mails liest und so weiter und so fort wenn ihr jetzt damit nur videos guckt und daddel dann ist es vielleicht nicht so schlimm aber für alles andere und das wird wahrscheinlich 99 prozent der leute treffen kann ich nur empfehlen schaltet alles ab und ihr habt die möglichkeit jetzt mit diesen update das relativ einfach zu machen man muss halt sich die fünf minuten mal nehmen und diese paar texte das ist wirklich sehr übersichtlich gemacht und da muss ich microsoft loben lest es durch und deaktiviert alles und dann ist es okay wie gesagt die leute die zb mit microsoft produkten testen und so weiter die schicken sowieso jede menge telemetrie daten richtung microsoft und da muss man dann nicht mit seinem produktiven system jede tastatur eingaben übermitteln und so weiter das ist dann eher das empfiehlt auch microsoft das finde ich auch gut dass es hinschreiben diese ganz extremen reporting features die sind dann wirklich gedacht für testumgebungen wo man sagt okay wie ich teste eh was und wenn da irgendwelche bugs sind das kann ruhig an microsoft übertragen werden und dann ist es okay was noch gefunden für die für die leute die sich vielleicht noch den microsoft online konnten verwehren man kann jetzt auch lokale konten mit einer sicherheitsfrage bestücken und somit dann das konto bei passwortverlust zurücksetzen und was ich ganz interessant finde man kann daten limits festlegen und download geschwindigkeiten für hintergrund updates festlegen wenn man jetzt bambus leitung hat wie der georg zum beispiel und dann zb das windows update ist halt nochmal schnell groß oder generell updates dann kann man eben einstellen dass das halt nur ich weiß es nicht mit 200 kilobit lädt wenn es die leitung hergibt und man kann währenddessen wenigstens noch irgendwie voice of ip nutzen genau das war früher ja auch ein riesen thema also nicht nur bei bambus leitung sondern microsoft hat halt das privileg sehr gute gut angebundene rechenzentren zu besitzen oder anzumieten und da war immer das problem dass halt das windows update besonders gut gelaufen ist und hat alle anderen dienste runtergezogen also auch bei einer relativ guten leitung also selbst auch bei 50 mbit hat das microsoft update war so hoch priorisiert dass eben nichts anderes mehr also ein stream oder so lief halt nicht mehr außer er lief über akamai weil akamai liefert halt auch die windows updates aus und die können das dann ein bisschen besser load balancen aber da war immer das problem dass dann halt wirklich gar nichts mehr ging und das ist halt auch was wo ich sage das ist wirklich notwendig und was ein cooles feature ist aber das läuft es gibt schon länger dass halt rechner im gleichen netzwerk sich gegenseitig auch patchen das ist auch so ein feature das ist im hintergrund irgendwie implementiert das ist total intransparent du kannst da nicht viel einstellen aber du kannst dann eben wenn du halt 20 windows 10 rechner hast du hast keinen windows update server dann kannst du das interne netz peer to peer praktisch verteilen und installieren lassen das ist eigentlich ein ganz nettes feature ja gut ich denke damit haben wir so ziemlich alles so überspannt was da neu kommt genau und passt ein bisschen auf macht vorher ein backup und das ist durchaus sinnvoll das update anzuspielen aber ihr müsst ja nicht bei den ersten mit dabei sein wie gesagt am achten das ist der tag nach dem nach der veröffentlichung vom podcast da wird das ding verteilt ihr könnt auch in der systemsteuerung deaktivieren bei der pro version dass es sofort installiert wird da kann man das ich glaube bis zu einem halben jahr oder jahr raus zögern dieses update microsoft bringt für diese versions updates immer ein jahr lang sicherheitsupdates raus und dann könnt ihr das dann eben nachziehen wenn ihr dann auch sicher seid dass eure ganzen grafiktreiber und was weiß ich in der für sound interface treiber und was weiß ich was ihr alles habt funktionieren genau wunderbar ich glaube dann haben wir das thema damit auch abgefrühstückt genau dann kommen wir zum nächsten thema und das ist die cebit und die steht ja wieder an dieses jahr und ich muss schon ein bisschen schmunzeln weil ja die cebit ist ja also wer es nicht kennt das ist so eine it messe und ist glaube ich sogar die weltgrößte it messe die findet in hannover statt jährlich und die war eigentlich früher immer so im märz und course of you also wer uns jetzt erst vor kurzem abonniert hat hat früher auch immer von der cebit berichtet also cebit 2013 2014 2015 16 glaube ich dann schon nicht mehr ich weiß es nicht genau 16 waren wir nicht mehr genau waren wir dann nicht mehr und das aus gutem grund ich erkläre vielleicht mal warum weil die cebit sich immer mehr ja verschlossen hat gegenüber normalen endkunden und sag ich mal kleinen und mittelständischen unternehmen die cebit ist immer mehr zu so einem ja treffen von anzugträgern und von geldköffern geworden und auch wirklich nur von vertrieblern technische fragen waren da teilweise wirklich unerwünscht und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt hey das hat überhaupt keinen sinn mehr da hinzugehen und ja euch zuschauer hat es damals dann auch nicht mehr so interessiert und das war dann auch okay weil mich hat es persönlich dann auch nicht mehr so interessiert und es haben auch einige hersteller und einige große hersteller sogar gesagt wir gehen da nicht mehr hin und ich weiß zum beispiel von einem vertriebler ich sage jetzt mal nicht von welchen hersteller das ist aber von einem vertriebler weiß ich zum beispiel dass so ein ja normaler standaufbau sag ich mal also ganz normaler stand von von der firma sag ich mal die so um die ja so 500 600 mitarbeiter hat und kostet dann auf der cebit einfach mal zwei millionen euro eine woche lang dass das geld natürlich so schnell nicht mehr reinkommt das ist ja wohl klar also und dann muss ich ganz ehrlich sagen kann ich die unternehmen verstehen dass sie dann sagen hey wir gehen da nicht mehr hin und ich meine nur um die ganz großen zu treffen da muss ich nicht auf die cebit gehen da kann ich zum beispiel auch auf die hausmessen gehen also nehmen wir mal eine microsoft oder auch eine sap oder so die haben alle hausmessen wo man sich auch informieren kann oder eine vm wert zum beispiel die wm world gibt es ja und das war dann so der grund wo uns auch so ein bisschen bewegt hat und dann gesagt nee das macht keinen sinn und halt immer mehr der weg richtung enterprise business gar nicht mehr small business und mittelstand sondern wirklich nur noch enterprise kunden und möglichst auch nur noch mit den leuten sprechen die mit einem anzug und einem koffer auf der messe rumlaufen weil da kann man dann auch gute absätze machen und die leute die halt wirklich technische fragen haben naja die sind zwar geduldet aber es ist halt notwendiges übel und für privat kunden war die messe sowieso dann irgendwann dicht und jetzt gibt es 2018 einen relaunch von der messe und die messe hat jetzt super fancy ideen also es geht zum beispiel damit los dass sie jetzt neuen titel haben europas business festival für innovation und digitalisierung bingo bingos der werden die buzzwords nur so durch den raum geballert und ja also da geht es halt wirklich darum dass zum beispiel bands auftreten djs auflegen eine lustige atmosphäre ist alle am besten im t-shirt rumlaufen und mit flipflops und da bin ich echt mal gespannt ich kann dieses jahr nicht versprechen dass ich hingehe ich werde es versuchen ich werde nicht filmen aber wir werden im podcast darüber reden ich bin wirklich hoch gespannt ob sich dieses ja klischee von der cebit irgendwie auflöst und vielleicht alles ein bisschen moderner wird und ein bisschen weil man muss auch wirklich sagen die it branche klar es gibt in der it branche natürlich sehr trockene firmen oder so die halt wirklich sehr konservativ kann man nicht sagen aber sehr altbacken unterwegs sind und und aber es gibt auch verdammt viele junge unternehmen die eigentlich mit diesem anzug träger image auf der cebit nicht viel anfangen konnten weil die innovativsten unternehmen die jetzt mal mich sehr unbeliebt glaube ich die kommen alle aus dem start up bereich oder sehr viele alle will ich nicht sagen aber sehr viele innovative unternehmen in allen bereichen im server bereich und so weiter die kommen aus dem start up bereich und werden meistens von den großen global player eingekauft und die können mit sowas überhaupt nichts anfangen und das hat man ja zum beispiel auch gesehen ich denke mal das interview mit lucky cloud auf der itzer hat man auch gemerkt dass es halt eben start up sehr schwer haben auf solchen messen und das ist halt so ein ding denke ich mal da ist so ein festival vielleicht doch nicht so verkehrt und ich glaube die haben so ein bisschen abgeguckt von den marketing messen also es gibt ja diese online marketing rock stars heißt die messe das ist ja auch ähnlich da war dieses jahr zum beispiel deichkind vor ort und so was das ist schon ganz witzig und ich glaube da haben sie sich so ein bisschen abgeguckt ich muss ganz ehrlich sagen ich war noch nie auf so einer messe also deswegen bin ich ultra neugierig was da abgeht wie das aussieht und vor allem weil die cebit halt wirklich so hoch seriös war seriös war das wort das ich vorhin gesucht habe bin ich mal gespannt wie das ganze klima dann auf der diesjährigen cebit ist ich würde sie gönnen weil wie gesagt für mich war die cebit nicht mehr attraktiv in den letzten jahren und ich habe mich mal so ein bisschen bekannten kreis umgehört bei sehr vielen itlern die jetzt nicht gerade management tätig sind sondern als administratoren die haben alle gesagt cebit ist für mich kein thema mehr cebit ist gestorben acht das letzte mal war ich vor zehn jahren dort oder so und ich denke mal dass es nicht gut ist wenn nur entscheider und und manager dort hingehen sondern es sollten vielleicht auch leute für den technischen austausch dort sein das ist zum beispiel was das liebe ich an der itzer in nürnberg da gibt es ja extra foren für zum beispiel entscheider da sitzen die ganzen leute im anzug dann gibt es eben ein forum für techniker und dann gibt es noch ein forum für juristen so und das ist halt recht praktisch weil dann kannst du halt ich wirklich wenn du techniker bist mit anderen technikern austauschen oder du hast dann halt jemanden der einen vortrag macht nicht nur um was zu verkaufen sondern um auch wissen zu vermitteln und das macht die sache eben interessant und ja das ist auf jeden fall aus meiner sicht wichtig und ich weiß nicht georg du warst ja auch auf der cebit schon ein paar mal zweimal glaube ich mit dabei oder einmal ich weiß ich glaube nur einmal genau aber du hast ja auch denke ich mal das so empfunden dass es doch sehr sehr business lastig war und und sehr ja seriös zugegen sagen man es mal so definitiv also das war sehr genau und früher gab es ja auch noch die intel extreme masters die haben sie ja dann auch von der messe verjagt nachdem natürlich für private leute die messe nicht mehr offen stand avm hat sich dann auch immer mehr verabschiedet weil ich sagte mir machen fritzboxen für privatkunden und nicht für business kunden was wollen wir denn da noch da und das sind nur zwei unternehmen es gibt noch viel mehr unternehmen die sich das zehnmal überlegen und die standpreise die sind halt auch unter aller sau also das kann sich ein start-up unternehmen schon mal gar nicht leisten dafür gibt es klar extra bereiche für die start-ups okay aber sag ich mal mittleres unternehmen hat da auch schon schwierigkeiten die müssen auch dreimal überlegen ob das sinnvoll ist und ich meine das messegelände in hannover ist so weitläufig so riesig dass es wahnsinn und du gehst da leicht unter als unternehmen und ich weiß nicht ob das ich kann das ich bin kein vertriebler ich kann es nicht beurteilen aber ich kann mir nicht vorstellen dass das so viele deals zustande kommen irgendwie naja letztendlich gucken wir mal was passiert ich wollte nur mal kurz drüber gesprochen haben mal ein bisschen was zu cbett erzählt ja weil das wird auf uns zukommen und vielleicht ist es ja sogar sinnvoll wir werden es sehen gut jetzt fällt mir gerade noch was ein für das nächsten thema gehen gerade pauffrisch reingekommen quasi und zwar habe ich gerade gelesen Nvidia stellt das GeForce Partnerprogramm ein ganz ganz überraschend irgendwie also da ging es eben darum dass sie manchen herstellern angeboten oder partnerunternehmen angeboten haben sie im marketing und zu unterstützen und andere vorteile zu bieten wenn sie ihre gaming marke exklusive auf Nvidia GPUs ausrichten das hat da was mit namenskonventionen und so weiter zu tun und das hat man jetzt ganz überraschend eingestellt man man vermutet beziehungsweise unternehmen gibt an dass es aufgrund von kursierenden falschen informationen einfach zu viele gerüchte gab zu viele unwahrheiten und deswegen wollen sie das statt es zu bekämpfen einfach einstampfen ist natürlich jetzt auch wieder scheiße weil es gibt natürlich jetzt schon einige unternehmen die halt ihre gaming reihen ausschließlich danach benannt haben und ja das ist gerade taufisch reingekommen also das ist vielleicht auch ganz interessant ja also sieht man wieder wie hier auch versucht also ich finde das so ein bisschen so ich ist jetzt nicht direkt schmieren aber man merkt schon wieder so die tendenz nach dem motto so ja hier wir unterstützen euch hier und da und alles super toll ne und dann macht ihr noch mehr werbung für uns wir machen noch mehr absatz klar ich meine da wird natürlich mit allen mitteln gekämpft ob das moralisch so vertretbar ist ist eine andere geschichte rechtlich scheinen sie damit auf dem ja im grünen bereich zu sein ja muss man mal gucken wie sich das dann entwickelt aber es ist natürlich für die hersteller auch ein bisschen blöde sag ich mal aber gut ich wollte nur kurz eingeworfen haben es vielleicht nicht dass ich wundere dass dem ex grafikkarten wieder anders heißen aber ja könnte passieren gut dann habe ich jetzt noch eine neue rubrik für diesen monat mal eingeführt die security fails habe ich mir von mr trash pack abgeguckt da gibt es auch den fehler woche wir haben ja die security fails des monats april und angefangen hat alles mit dem d6 stromausfall der das ist natürlich auch so ein ding d6 wer nicht weiß was es ist das ist der deutsche internetknotenpunkt in frankfurt wenn ihr irgendeinen server aufruft wenn ihr was weiß ich unsere website aufruft es wird zum größten alles über frankfurt geroutet ja und da war einfach mal ein stromausfall und scheinbar haben die ganzen im detail hat man es leider nicht rauskriegen können aber scheinbar haben diese ganzen mechanismen notstromaggregat usv anlagen batterie puffer et cetera versagt und es kam zu ausfällen zwar nicht komplett aber ein paar router und paar switches sind ausgefallen die halt auch sehr wichtige verbindungen geroutet haben und dadurch kam es halt zu beeinträchtigungen dass seiten langsam geladen haben oder halt eben auch gar nicht und der google dns wenn wir wieder beim thema dns server sind der war davon auch betroffen der cloudflare dns war davon nicht betroffen gut ich will jetzt keine werbung für cloudflare dns machen aber ich wollte es nur mal so anmerken woran lag das einfach das lag an der intelligent an dem intelligenten routing einfach von cloudflare wie gesagt die sind ein content delivery network und auch ein ddos protection service und die haben überall rechenzentren und connections und peerings und was da alles dazu gehört ja und dadurch war das eben verfügbarer als die google geschichte gut dann gab es noch ein ganz nettes nette geschichte mit einem heck von notfall alarm system also so sirenen da geht es konkret um sirenen die zum beispiel auch in atomkraftwerken und zu so feuersirenen und so weiter angeht und da gibt es halt eine sicherheitslücke und es gab letztes jahr in dallas mal einen heck ich glaube das war ich habe es gerade offen letztes jahr sogar im april genau 9 april letzten jahres das sind einfach mal in dallas alle feuersirenen in der stadt angegangen grund dafür war einfach halt eine sicherheitslücke in dieser funk verbindung von diesen alarm sirenen und ja das ist jetzt alles veröffentlicht worden da gibt es ein sogenanntes proof of concept da hat einmal dargelegt auch mit einem youtube video ist jetzt gerade auch mal eingeblendet für die die den video podcast verfolgen dass jemand relativ einfach über ein paar tricks in diese funk verbindung sich einloggen kann und daneben diesen alarm auslösen ist jetzt auch nicht so gut vor allem wenn halt die bevölkerung da ein bisschen verunsichert wird und vielleicht nehmen die leute dann irgendwann wenn es so oft passiert halt die sirene überhaupt nicht mehr für ernst weil sie sagen ja das ist ja eh wieder nur ein hacker oder fehl alarm der hersteller hat mittlerweile reagiert ati systems die haben jetzt ein update rausgebracht muss man mal gucken wie schnell das ausgerollt wird aber man sieht mittlerweile sicherheitslücken sind überall in allen möglichen dingern drin auch in geräten wo man eigentlich gar nicht für möglich hält so sirenen oder so der hat ehrlich gesagt habe ich da überhaupt keinen gedanken an sowas verschwendet bis dann die nächsten smart herde kommen und dann auf einmal die die bude abfackelt durch eine sicherheitslücke ja das ist iot halt ne genau und vor allem auch noch über unverschlüsselte funk verbindungen sowas auslösen zu lassen ist schon ein bisschen riskant dann in unseren also es waren sehr viele security fails ich will das mal ein bisschen abkürzen dann gab es noch einen erpressungstrojaner für hp ilo oder ilo wie auch immer man das integrated lights out genau das ist ein management interface die administratoren kennst privatleute werden es nicht kennen wo du halt einfach einen hp server managen kannst kannst auf die gesundheitsdaten von einem system zugreifen kannst iso images mounten kannst auf die konsole gucken und das alles ip basieren das heißt du musst nicht mehr ins rechenzentrum gehen um den server mal neu zu starten oder was auch immer klar wenn es ilo nicht mehr geht dann muss natürlich vor ort aber das ist praktisch noch mal eine management oberfläche um den physikalischen server zu verwalten und da gab es einen erpressungstrojaner und da ist noch nicht so ganz klar hat er jetzt die daten verschlüsselt über die sicherheitslücke oder hat er sie gewiped gelöscht das ist noch nicht ganz klar was allerdings klar ist dass man mit einem security update von hp das ganze beheben kann und da auch der appell vielleicht an systemadministratoren die hier zuhören oder zugucken leute packt euer ilo oder eure management systeme ein eigenes vlan rein sichert das über eine firewall ab ein user system oder systeme allgemein die sehr viel mit dem internet zu tun haben die haben in so einem netzwerk nichts zu suchen und das ist einfach das problem warum sich solche sachen relativ schnell ausbreiten jemand surft auf einer website und kontaktiert oder scannt so eine malware scannt dann einfach das netzwerk und kommt dann auf so ein ilo system oder irgendetwas anderes was eben angegriffen werden kann und dann ist das system infiziert und dann beginnt der spaß die forderung ist vielleicht auch ganz interessant habe ich das hier irgendwo stehen ich glaube das waren ja 14.500 euro die gefordert wurden in bitcoins natürlich ja eine ganz interessante sache der trojaner muss man natürlich der fairness halber sagen der ist jetzt nicht durch die decke gegangen also irgendwie getrendet wenn man das bei so einem bei einer ransomware überhaupt sagen kann aber na gut ich sag mal so lockie oder peter oder so die sind ja schon getrendet aber wie gesagt viral gegangen sie sind viral gegangen vielleicht verdankt man das auch so ein bisschen der relativ schnellen reaktion von hp wenn die ein bisschen träger reagiert hätten könnte ich mir vorstellen dass noch schlimmeres passiert wäre aber ilo oder integrated lights out das ist halt ein system das verwenden so viele und wenn es halt wirklich gängige praxis geworden wäre ich glaube dann hätte hp echt ein problem die systeme an manns oder an die frau zu kriegen dann aber noch was das hat der georg eingesendet da geht es um lösch anlagen die festplatten vernichten in dem rechensender das klingt auf jeden fall sehr exotisch ja es war auch ganz interessant da hat tatsächlich der extrem laute ton einer gas löschanlage tatsächlich in schweden und komplettes rechenzentrum platt gemacht also der hohe ton hat es geschafft die festplatten zu zerstören das ist natürlich echt scheiße ich hoffe mal die hatten irgendwie ein offside backup noch das ist halt auch wieder so ein grund warum man daten auch außerhalb des eigenen rechenzentrums noch mal sichern sollte nur mal so nebenbei steht glaube ich nicht im artikel oder das aber was drin steht dass sie haben extra server aus dem ausland einfliegen lassen müssen weil sie selber nicht genügend hardware beschaffen konnten also da ist der großteil des rechnungszentrums anscheinend wirklich kaputt gegangen jetzt nicht nicht nur ein paar server sondern wahrscheinlich großteil des rechenzentrums tatsächlich gut der ton wird wahrscheinlich überall zu hören gewesen sein und du weißt halt auch nicht funktioniert das server jetzt wirklich vollständig noch oder wahrscheinlich haben die einfach gesagt wir wir tauschen möglichst alles aus und ich will jetzt nicht klug scheißen aber das ist auch so ein thema des it sicherheitsmanagements dass man so einen notfall plan hat und auch da ist ein punkt davon dass man sich um ja hardware beschaffung gedanken macht im it notfall handbuch das muss man machen wenn man so eine isms zertifizierung macht im unternehmen da musst du sowas zum beispiel auch niederschreiben was machst du im falle eines kompletten ausfalls von einem rechenzentrum was weiß ich bomben explosion flugzeug absturz oder eben eine löschanlage die deine server kaputt macht ja ist schon ein bisschen lustig muss ich zugeben und da musst du dann auch regeln dass zum beispiel zulieferer verträge hast oder eben lieferanten hast die dir möglichst schnell neue server hardware liefern oder du hast vielleicht auch ein backup rechenzentrum wo du einfach sagst wir switchen so lang um und fahren einfach mit einem anderen rechenzentrum weiter ja wie gesagt das ist einfach eine geschichte in ganz großen rechenzentrum ich weiß jetzt nicht wie groß der anbieter da war den es betroffen hat das was ich das was ich jetzt lese war es der nasdaq bürsenhandel war betroffen in den skandinavischen und baltischen staaten ist jetzt nicht gerade klein würde ich mal sagen ja gut aber die haben sich bestimmt gedanken gemacht vielleicht war ja auch diese beschaffung aus dem ausland teil des it sicherheitshandbuchs wobei ich weiß nicht ob das in anderen ländern so gelebt wird wie in deutschland wir deutschen sind ja so ein bisschen bekannt dafür dass wir es sehr genau nehmen vielleicht ist es in schweden auch gar kein thema und die haben so eine zertifizierung jetzt nicht das weiß ich nicht wie gesagt ich habe das nur mal in deutschland mehrfach jetzt mitgemacht rechenzentrums zertifizierungen und da ist es auf jeden fall thema dass man sowas mit einbezieht wo bekomme ich im havarie fall hardware her und oder zum beispiel auch wie bekomme ich denn überhaupt einen standort wenn das rechenzentrum in die luft fliegt da ist ja auch das thema habe ich räumlichkeiten wo ich dann überhaupt wieder ein rechenzentrum aufbauen kann gut dann das alle wolltest du noch was sagen oder ja weil das ist ganz interessant weil festplatten anscheinend tatsächlich recht empfindlich auf ton auch reagieren das sieht man auch noch mal schön in diesen heiße artikel da ist es so ein video eingebunden wo man jemanden dann vor eben so serverschrank sieht der voller festplatten ist und da schreitern diese festplatten an und dann sieht man wirklich auf dem monitor dass die schreibrate von diesen angeschriebenen festplatten rapide nach unten geht also das ist auf jeden fall verlinkt das müssen wir euch ja da dürfen wir euch nicht enthalten ist vorenthalten genau und alle sachen die wir hier erwähnen sind natürlich verlinkt das nächste muss ich allerdings ausnahmen bestätigen die regel sagen dass es nicht verlinkt weil es mittlerweile nicht mehr verfügbar ist aber das hat mir ein kollege geschickt da ging es um einen relativ gutgläubigen nenne ich ihn mal ich nenne ihn bewusst nicht dumm ja administrator der in einem forum ja ein problem mit seiner firewall beschrieben hat und hat einfach mal damit den leuten die ihn helfen wollen bisschen leichter fällt einfach mal die komplette konfigurations datei der firewall hochgeladen ich glaube viele von euch werden jetzt schon merken das ist eine besonders dumme idee ist eine kompletten komplettes backup von seiner firewall irgendwo hochzuladen für die leute die immer noch sagen was ist denn da schon dabei naja man kann dieses backup restoren und kann mit relativ wenigen mitteln zum beispiel man kann es in der virtuellen maschine restoren man braucht nicht mal die hardware firewall bei manchen herstellern dann und kann das da restoren und kann zum beispiel dann das system relativ einfach knacken und kommt dann an zum beispiel zertifikate ran man kann sich vpn credentials runterladen und so weiter und so fort und kann dann eben in dieses system einbrechen oder in dieses unternehmen man weiß natürlich dann auch ich meine vorn sind ja eigentlich normalerweise anonym aber dadurch dass der die konfig datei hochgeladen hat weiß man jetzt auch mittlerweile welches unternehmen davon betroffen ist und das ist natürlich auch wieder entfernt worden zum glück hat der vornbetreiber relativ schnell reagiert aber es handelt sich ich sage jetzt das unternehmen nicht aber es handelt sich um ein unternehmen das über 1500 mitarbeiter hat also auch keine kleine klitsche irgendwie und ich weiß nicht der admin der hatte entweder keinen guten tag oder macht es nicht oft aber sowas leute wenn ihr sowas ist muss nicht eine firewall sein es kann auch ein dsl router oder sowas sein der manche bieten das ja an dass man eine konfig datei exportieren kann leute ladet sowas auf gar keinen fall in irgendwelche internetforen hoch das sind passwörter drin das sind zertifikate drin die passwörter sind auch unverschlüsselt bei so einer backup datei oftmals ganz blöde idee also sowas auf gar keinen fall ein forum hochladen ja ich hoffe den admin denen ist es da so ein bisschen ein eine leere weil sowas bedeutet halt wirklich wenn sowas passiert also wenn kunde zu uns kommen würde bei kurs of you und würde sagen wir haben ein problem ein sicherheitsvorfall ein admin von uns hat ein backup hochgeladen oder ein backup das muss ja nicht mal sowas sein es kann auch sein admin hat ein backup in cloud storage hochgeladen und der cloud storage ist geknackt worden die was was würde ich dann machen als it sicherheitsmensch na klar die komplette firewall neu aufsetzen und das wird ganz teuer weil es muss alles neu konfiguriert werden und wir können auf gar keinen fall das vorhandene backup verwenden und das ist eine ganz ganz teure angelegenheit deswegen ja immer dran denken was man ins netz hochpumpt gut und ich bin mir auch sicher dass vielleicht noch als abschluss dass irgendwo im darknet noch ein dampf von dem ding existiert also ich kann mir das nicht vorstellen dass sich das niemand runtergeladen hat also ganz ehrlich aber gut jo dann werden wir mit den security fails durch aber ich habe ja gesagt es gibt noch ein quiz und genau und das finde ich ganz witzig ist natürlich auch in der beschreibung verlinkt und ich habe jetzt gesagt ich mache das bei euch so ich werde euch die fragen einfach mal per chat zuschicken und ihr werdet dann einfach mal versuchen darauf zu antworten und ich bin echt gespannt wie viele punkte ja ich gebe es zu ich bin es geht um javascript und software entwicklung ich bin kein anwendungsentwickler deswegen habe ich da auch nur sechs oder sieben fragen richtig und da war auch ein bisschen glück dabei muss ich sagen aber ich finde es ganz witzig und wer sich ein bisschen mit metal auskennt der wird relativ viel zu lachen haben gleich so gut ich würde sagen ich starte jetzt mal hier den chat und dann lade ich da gleich mal die erste frage hoch schau mal wie wir fies ist alle abkacken ja also falls es irgendwie ein ausbilder vom david zuguckt oder so ja wer weiß schon ja gut aber ich glaube javascript also ich meine javascript habe ich in der berufsschule auch überhaupt nichts zu tun gehabt ich habe null damit am hut echt gar nicht also ja aber ich wie gesagt mir hat das quiz einfach gefallen und da ist da wird einem dann erstmal so bewusst dass sehr viele ITler halt doch irgendwie einen metal bezug haben weil halt wirklich viele sachen so klingen wie metal bands ich habe bei manchen fragen habe ich gedacht ey das sind doch alles metal bands irgendwie aber und selbst ich jemand der sehr viel metal hört ich habe dann gedacht hä also das klingt so als ist das eine band die kenne ich noch nicht aber ähm gut so jetzt mache ich mal die erste frage hier auf und ja das ist alles ein bisschen verzögert das ist ein bisschen blöd aber das kriegen wir hin und ich schicke die jetzt mal in den chat und ihr sagt dann ähm was aus eurer sicht hier ähm den namen eines verbreiteten javascript frameworks beschreibt angra angula angelspit architekts ich sag angula ich sag auch angula weil das sagt mir sogar was okay ähm architekts kann ich schon mal aufräumen ist eine metalcore band ähm und angula ist sogar richtig yeah habt ihr den ersten punkt schon mal gut gemacht ein gummipunkt genau äh frage 2 welches ist eine erfolgreiche metalband das ist auch eine geile frage und ich weiß es zufälligerweise natürlich schon aber ich lasse euch erstmal raten boah also trivium amber knockout meteor die klingen alle wie metal bands aber das andere hat also es ist nur eine dabei und das andere hat alles eben javascript bezug aber fragt mich nicht was es in javascript macht keine ahnung ok ok das ist jetzt echt schwer ich hab keinen plan und ihr googelt bitte auch nicht also ich weiß nicht aber für mich klingt trivium irgendwie noch am meisten nach einer metal band richtig ja das ist die ich hätte jetzt amber gesagt tatsächlich ne trivium ist die ne amber das klingt irgendwie so nach ach ich weiß nicht ja gut amber ist ja glut naja ja genau so aber das ist schon tricky also wenn du denkst du dass das halt auch javascript bezogen ist dann fragst du dich echt ja deswegen fand ich eben das so lustig also link ist wie gesagt auch in der beschreibung wer das durchspielen möchte oder die kollegen da mit nerven möchte der kann das gerne machen welches javascript framework zur erstellung von bedienoberflächen heißt wie ein vorreiter des us amerikanischen powermetals ok das ist wieder an react ich auch react das sagt mir auch was und react ist falsch riot wäre wichtig was ja riot ist eine power metal band mir fällt gerade kein kein lied ein aber die habe ich auf jeden fall schon mal gehört so erster fehlerpunkt aber ihr seid schon mal trotzdem ganz gut dabei und da muss ich jetzt schon mal schmunzeln schmunzeln weil da eine lustige metal band dabei ist ähm wie heißt ein bekannter javascript paket manager gwar npm jbo bolle wollte sterben genau oder aok also jbo und aok können wir schon mal ausschließen glaube ich ja ja boah ich weiß ich glaube es ist npm aber ich bin mir nicht sicher was sagt ihr würde ich jetzt auch sagen tatsächlich ich nehme jetzt auch mal npm weil ja npm ist richtig also ausschlussverfahren funktioniert da auch ganz gut jawohl jawohl jbo wollt ihr wissen wie bolle wirklich gestorben ist ja genau ja also wer jbo nicht kennt guckt einfach mal bei youtube oder so der geht heim nach fürstenfeld würde ich sagen so hier versteckt sich ein shava script framework aber welches sodom ultradoom stegadon mastadon mastadon boah ok es dürfte ultradoom sein weil das kann ich mich noch erinnern hast du vorher schon gesagt scheiße ja ich habe vorhin mal exemplarisch eine frage äh erwähnt um den kollegen mal zu zeigen was das überhaupt für ein quiz ist weil die kannten es zum glück noch nicht und das ist richtig ähm ultradoom oder wie ja das ist richtig so dann kommen wir zur nächsten frage welche der folgenden namen steht für ein pur in ecma script 6 und 7 umgesetztes framework also das erste kann man ausschließen ja genau das ist nämlich eine metal band naja das andere es gibt gibt es eine metal band die avatar heißt kommt mir irgendwie so vor ich weiß es nicht aber da kann ich mich auch täuschen ehrlich gesagt das sag ich jetzt mal also ich sag Aurelia das letzte das A Trio und es gibt wirklich eine band die heißt avatar und es ist eine schwedische melodic death metal band okay also ich sag Aurelia 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 okay und ich sag das letzte ist A Trio und Aurelia ist richtig verdammt ja rechne ich jetzt mal nicht rechne ich jetzt mal nicht als Fehlerpunkt weil einer von euch beiden hat es ja gehabt ähm wir sind ein Team ja genau ich hätte es bloß so im Ausschlussverfahren so das letzte gedacht weil es jetzt immer relativ oben war die Lösung achso ja gut aber das ist ja viel zu kompliziert zum tippen für den Entwickler da vertippt er sich ja die ganze Zeit ja solche Namen ja welches E dient zum Erstellen von HTML5 Applikationen also Epica ist es nicht Endo Epica oder Edgai Edgai ist schon mal eine Metal Band kann ich schon mal aufhören Apica ist auch eine Band äh ich glaube ja ja das genau ja genau also ich sag mhm Endo ich weiß das selber nicht keine Ahnung ich hab die Lösung gerade ich logge mal auf Endo ein ja 5050 Joker ach ne scheiße hab ich nicht Mist ja ich nehm Endo Endo oder Endo Endo also das oberste ja dann sind wir auf jeden Fall safe Endo ist auch richtig Endo Endo ich hätt Endo genommen ich hätt auch Endo genommen keine Ahnung ich eigentlich auch aber so aus Sicherheit äh extra Endo genommen bei die anderen zwei kann man ja ausschließen oh schöne Frage welcher Javascript Task Runner heißt wie ein gutturales wie ein gutturales wie ein gutturales sangstil oh what oh Gott oh Gott Scream Growl and Shout ja genau das ist jetzt eine geile Frage mhm äh Shout es muss irgendwann mal als letztes eigentlich also ich sag Growl also ich ich mein also gut ich weiß es selber echt nicht aber irgendwie gefühlstechnisch würde ich Shout einloggen ich weiß es nicht was wolltest du David Growl äh puh ist falsch und es ist Grunt es ist Grunt fuck wie sie immer die obersten ja es ist komisch so vorletzte Frage und das ist auch finde ich auch lustig ich sag ich finde diese Quiz echt gut also da sitzt ein cooler Redakteur von der CT der Volker Zota der macht auch übrigens auf dem Messen macht er auch immer den ihr ähm ihre Quiz auf den Messenstände Messenständen macht er immer und der denkt sich diese Quiz hier aus also ich finde es echt cool äh kein Speed Metal sondern ein auf Tempo getrimmtes Framework zum Bau von User Interfaces Inferno Apokalyptica Detonator oder Hellstorm Hellstorm ist Metal Apokalyptica auch Inferno ist weiß ich könnte Metal sein bin ich mir jetzt nicht sicher also also ich sag dieses Mal Inferno ich auch weil da kann ich mich auch noch am Anfang erinnern weil das war auch eine Frage wurde am Anfang gestellt hat Steffen und Inferno ist richtig yay ähm dann die letzte Frage und dann kommt's zur gnadenlosen Auswertung so und zwar begnadeter Hard Rock und Metal Sänger aber auch ultra kompaktes Javascript Framework und das ist wirklich eine geile Frage Boah Dio Axel Rob und Bruce mir fällt auch auf also Georg es ist so dass er die ähm die äh antwortmöglichkeiten immer rotiert weil vorhin war die richtige Antwort nämlich ganz unten jetzt ist sie woanders also ganz unten ist schon mal falsch Bruce kann man schon mal sagen oh schade also ich ich weiß nicht ich sag jetzt einfach mal Dio weiß nicht irgendwie das andere AXL boah ich sag Dio eigentlich sag Dio überlegt mal gut ich weiß nicht ob ihr den den Musiker ja gut ihr kennt ihn nicht also von daher brauche ich da auch keine Tipps weiter zu geben ähm kennt ihr Black Sabbath ja vom Namen her schon aber die Sänger nicht okay gut man kann vielleicht auch noch dazu sagen dass der schon gestorben ist der Sänger und es ist ein Sänger von Black Sabbath und Dio ist richtig der heißt Ronny James Dio heißt der und der ist wie gesagt ein Sänger von Black Sabbath mhm ja zart ja okay einer hat es richtig gesagt also ich werte es mal als richtig das heißt wir haben eine Quote von ähm 70 Punkten ist jetzt nicht ganz schlecht ne das ist für 3 Fisis in einem Quiz für Anwendungsentwickler noch ganz gut ja eben also würde ich mal sagen und ich möchte mal jemanden sehen der Anwendungsentwickler ist der das mal durch gut wenn ich jetzt tagtäglich mit Javascript bastel dann weiß ich das und Metal höre und Metal höre dann weiß ich das aber ich fand die Kombination einfach geil absolut und sie haben mehr Punkte erreicht als 85% der Teilnehmer finde ich auch geil die Aussage nice also Leute macht mal dieses Quiz und macht es vielleicht mal 2-3 Tage nachdem ihr das bei uns hier gesehen habt oder vielleicht eine Woche ist vielleicht noch besser und äh postet dann einfach mal bitte unverbindlich ich meine klar wir können es nicht nachkontrollieren aber unten in den Kommentaren euer Ergebnis wird mich einfach mal brennend interessieren ist glaube ich ganz witzig und jo dann haben wir das Quiz und wir wollten nochmal einfach weil es heute ein bisschen musikalisch zugeht und wir heute einfach in Plauderstimmung sind so ein bisschen über den Echo reden ich weiß es passt überhaupt nicht dazu aber ich wollte da einfach mal ein paar Worte dazu loswerden ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt was da abging mit Kollegah und Fahrrad Bang vielleicht David du bist ja du hörst ja auch ab und zu mal Rap oder so habe ich das in Erinnerung wie siehst du denn die ganze Geschichte fangen wir mal so an weil ich kann mit Rap relativ wenig anfangen deswegen ist es vielleicht besser wenn du jetzt erstmal jemand der sich der auch sowas mal hört öfters vielleicht mal sagt wie er die ganze Sache sieht Naja ich sag mal so prinzipiell sehe ich Musik oder halt auch Rap ist ja erstmal eine Kunstform ich bin der Meinung dass man da schon recht frei ist aber es hat halt schon irgendwie auch gewisse Grenzen ob jetzt diese da ging es ja um so was war das irgendwie judenfeindliche Lines die Line war konkret der Körper definiert wie von einem KZ-Häftling genau irgendwie sowas frei interpretiert definiert in dem Fall mein Körper ist definierter als der Körper eines KZ-Lers also irgendwie sowas ja genau KZ-Insassen oder irgendwie sowas also ich weiß nicht es ist halt also was ich halt wie soll ich sagen ja es ist es ist sehr 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 schwierig und irgendwie sehr zweischneidiges Schwert weil zum einen sag ich es halt irgendwie eine Kunstform zum anderen muss man sich halt überlegen ob man sowas oder ob sie sowas ja also ich meine mit so einer mit so einer Line heißt es ja nicht unbedingt dass die Künstler sowas auch ausdrücken wollen damit also ich finde das ist auch teilweise ziemlich ziemlich übertrieben worden dass halt dann viele kommen und ja und die sind jetzt judenfeindlich also wenn ich mir mal anschaue was teilweise bei Kollegah oder auch bei anderen bei anderen Rappern teilweise für frauenfeindliche oder andersfeindliche Sachen drin sind das ist ja jetzt nicht nur Juden es ist so ein bisschen ich weiß nicht also ein bisschen hochgepusht und was ich halt jetzt grad dazu halt noch krass finde es gibt ja Rap am Mittwoch wir haben ja den Ben Salomo da als Interview und der genau und der tritt dir jetzt da zurück und sagt halt er hat da keinen Bock mehr drauf weil er halt da schon klar die Grenze sieht und sagt dass halt ähm solches Gedankengut oder solche Sachen eben einfach auch nicht in Rap oder in Musik gehören vor allem in Battle Rap halt auch genau er sagt man kann sich zwar irgendwie gegenseitig halt wirklich äh an den an den Kragen gehen also lyrisch ja aber halt jetzt eben nicht auf dieser Ebene und er ist ja selber glaube ich auch er ist Jude jüdischen genau und also ich hab da ein Interview ich weiß nicht von der Berliner Zeitung war das glaube ich gelesen mit Ben Salomo weil er ja jetzt bei Rap am Mittwoch zurückgetreten ist und er war ja da der Moderator und du hast ja grad gesagt wir haben ihn 2013 auf dem Video Day interviewt ähm könnt ihr bei uns auf dem Channel oder auf der Website finden ähm und wirklich sehr sympathischer Typ ich kannte ihn natürlich nicht weil ich damit relativ wenig zu tun hatte ich fand ihn halt sehr sympathisch und äh im Interview hat er halt eben auch noch gemeint dass er halt im Laufe der Jahre immer wieder mitgekriegt hat dass das eben ein Thema in dieser Szene ist und er fände es jetzt nicht mal so schlimm wenn dieser Satz diese Line diese Punchline in Form eines Battle Raps passiert wäre weil da stehen sich zwei Leute gegenüber die machen sich persönlich gegeneinander fertig und da werden natürlich gewisse Merkmale des anderen verwendet um ihn fertig zu machen genau und nach dem Battle Rap ist alles vergessen gibt man sich die Hand geht von der Bühne und dann passt die Sache so sieht er das ich meine Meinung dazu ist okay ich finde es legitim wenn es wirklich in so einer Form passiert wir reden aber hier von einem Album das wirklich häufig verkauft wird da muss man sich dann schon die Frage stellen ob das so gut ist ähm ja vielleicht meine Meinung dazu man muss vielleicht zuerst dazu sagen dass mit dem Echo ich finde das völlig übertrieben diesen Preis komplett einzustampfen äh nicht weil ich der Helene Fischer den 20. Echo gönnen und äh was weiß ich den ähm wie heißen die Amigos die sollen auch wieder ein Echo bekommen sondern es geht einfach darum es ist ein Preis man weiß von vornherein dieser Preis ist einfach ein Preis der nach verkauften Platten geht da ist keine Jury da es gibt glaube ich eine Kategorie wo eine Jury entscheidet das andere ist alles reine Verkaufszahlen deswegen finde ich es legitim so einen Preis zu haben weil es ist ja auch eine gewisse Auszeichnung wenn man gewisse Leute erreicht jetzt kann man natürlich sagen äh was ist das für ein Armutszeugnis wenn sich ein Album das frauenfeindlich ist äh ja judenfeindlich und antisemitistisch äh so gut verkauft dann ist das ein Armutszeugnis klar ähm aber das hat andere Gründe da muss man wirklich gucken ja wo kommen diese Gründe her warum verkauft sich diese Musik so gut äh zum anderen ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen PR ähm und was mich halt so ein bisschen ärgert an der ganzen Geschichte ist wie gesagt den Echo finde ich völlig in Ordnung sollen die sich doch gegenseitig feiern die Einschaltquoten gehen eh in den Keller aber warum kann es nicht so einen Branchenpreis in der IT-Branche gibt es auch 10.000 Preise und Auszeichnungen die viele von euch überhaupt nicht kennen wahrscheinlich es gibt einen Rechenzentrumspreis es gibt einen IT-Security Award und solche Sachen davon kriegt ihr als Kunden Konsumenten Leute die nicht in der IT-Branche sind überhaupt nichts mit von den Preisen weil die intern vergeben werden so ein bisschen als wie soll ich sagen Motivation für Leute die gut gearbeitet haben für gute Umsatzzahlen und so weiter finde ich völlig okay wo ich ein Problem damit kriege ist zum Beispiel wenn halt Künstler was jetzt in dem Fall der Fall ist solche Punchlines verwenden um sag ich mal nichts Positives zu bewegen äh bewegen ich meine ich höre sehr viel äh Metal und hab der ja schon mitgekriegt und ähm da ist manches auch ziemlich heftig in den Songtexten aber die meisten Songtexte oder die meisten Bands die ich halt eben höre die wollen mit dieser Line irgendwas bewegen die Frage ist was will Farid Bang und Kollegah mit dieser Line bewegen was gesellschaftlich wichtig und relevant ist gar nichts da geht es rein darum sich persönlich auf ein Podest zu stellen sagen ey ich bin cool ich bin der Stecher und der Brecher überall und das ist einfach eine Geschichte wo ich ein Problem mit hab äh und weil viele jetzt mit Kunstfreiheit argumentieren dann sag ich Kunstfreiheit wäre es für mich wirklich wenn er diese Line verwendet hätte um was gesellschaftliches zu machen hat er halt nicht gemacht er hat das wirklich zur reinen Selbstdarstellung benutzt und dann ist es einfach assi und ähm man weiß nicht was daran stimmt aber es werden den beiden Künstlern ja auch so ein bisschen antisemitische ähm ja Hintergründe im privaten Umfeld vorgeworfen man weiß nicht genau ich möchte da niemandem zu nahe treten ich weiß es auch nicht aber man liest da halt davon ähm und das ist halt auch so eine Sache die da mit rein spielt und ich finde auch nicht dass man ihnen den Echo ab erkennen soll ich finde es eher bedenklich dass sowas halt so gut verkauft wird und dadurch halt dann den Echo erreicht muss ich ganz ehrlich sagen wenn man mal vor ein paar Jahren gab es ja den Skandal ich weiß nicht ob ihr das mitgekriegt habt mit Freiwild Freiwild ist ja auch eine Band die relativ ins rechte Licht gerückt wird oder im rechten Licht sich bewegt da möchte ich jetzt auch kein Freiwild Fan zu nahe treten ich muss ganz ehrlich sagen ich halte die nicht für rechts ich halte die aber auch nicht für künstlerisch wertvoll ich halte die einfach dafür dass sie Songtexte machen die keinen wehtun die sich alle so im Grenzbereich bewegen vielleicht sogar als Marketing wo man sagt okay Leute die auf der rechten Seite stehen die interpretieren das so hey die sind ja für uns und Freiwild distanziert sich vielleicht auch nicht so deutlich dagegen weil sie sagen hey es wird ja verkauft ne dadurch klar natürlich ich habe auch ein Interview die waren zum Beispiel auch bei den Kollegen vom Massengeschmack im Interview da haben sie sich natürlich ganz klar distanziert von Rechtsradikalen und so weiter und so fort aber es ist natürlich für die auch schön wenn sag ich mal so stille Rechtsradikale die sag ich mal auf den Shows nicht stören wenn die halt sich trotzdem ne Karte kaufen da werden die sich sicherlich drüber freuen ähm und äh deswegen denke ich mal und und Freiwild muss man auch dazu sagen da geht es viel um um Saufen um Freundschaft um Fußball und so das ist halt keine Band die irgendwie was gesellschaftliches bewegen will mit ihren Texten sondern die tun nicht weh die wollen einfach so ein bisschen Spaß äh äh wie sagt man äh reflektieren auf die Leute und einfach so ein bisschen den Lebemann raushängen lassen und äh deswegen denke ich mal da ist man auch weit übers Ziel hinaus geschossen was ist denn da bitte dabei wenn man den den Echo ausstellt weil sie eben so viele Platten verkauft haben und da sind wir wieder beim Punkt warum haben die so viele Platten verkauft weil viele Leute sich da einfach keine Gedanken drüber machen was in den Songtexten abgeht glaube ich und das ist so meine Meinung dazu wollte ich nur mal ganz kurz anbringen was habt ihr noch was dazu zu sagen was mir gerade noch einfällt ich weiß nicht ist es beim Echo nicht auch so dass die erstmal nominiert werden müssen naja das geht wirklich rein nach Verkaufszahlen ok weil wenn es eine Nominierung generell gegeben hätte die da auch reinkommen dann hätte ich mich gefragt warum das dann nicht da schon quasi angemängelt wird und nicht erst wenn sie den Preis bekommen aber das weiß ich jetzt wie gesagt im Teil nicht wenn du sagst es geht nur nach Platten dann gut ja naja äh was ich gehört habe es wurde schon angemängelt äh die wollten es quasi schon nicht dass er nominiert wird quasi aber ähm dann haben sich die Verantwortlichen gedacht hey wieso denn nicht das geht ja unter die Kunstfreiheit es gibt ja auch so einen Ethikrat jetzt seit der Geschichte mit Freiwild gibt es nur genannt einen Ethikrat vom Echo ähm und der also gibt es jetzt nicht mehr weil der Echo ja eingestampft wurde jetzt wie gesagt halte ich für blödsinnig ähm und ähm ja und der hat das scheinbar durchgewunken die ganze Geschichte aber ich finde es halt wirklich bedenklich dass sowas wie gesagt trendet und dass sowas bei vielen Leuten ankommt ich weiß jetzt nicht äh David ob du jetzt ein riesengroßer Farid Bang Fan bist oder so und ich dir gerade zu nahe trete damit nein nein du alles gut ne ich weiß nicht ich ich es gibt ein paar sag wir mal so der Farid Bang selber also jetzt im Einzelnen nicht ähm es gibt ein paar Titel von Kollegen die taugen mir auch okay aber ich bin jemand der wenn er Rap hört dann auch schon sehr auf den Text achtet und ich lese mir auch oft die Lyrics durch und überleg mir auch was soll er damit aussagen es gibt viele auch Free Tracks von ihm die finde ich echt gut aber es gibt halt auch wieder so so Dinge ich weiß nicht er ist ja irgendwie er ist ja Jurist auch oder ist ja Angierist und das ist das muss man auch immer denken und ich meine äh es ist immer sehr interessant weil er ja irgendwie im privaten Umfeld sehr sehr viel irgendwie auch im Spenden tut sehr viel für Wohltätigkeit und so ähm und äh ist eigentlich echt korrekt was man so mitbekommt es steht ja auch absolut gegen Drogen aber dann irgendwie in den Texten teilweise ist es halt schon sehr extrem wo es halt wirklich dann die ganze Zeit um Drogen geht und irgendwie im Verticken und weiß ich nicht und Frauen schlecht behandeln und da frage ich mich halt dann schon irgendwie weiß ich wie das zusammenpasst also irgendwie nach außen erlebt er das weiß nicht ob das irgendwie so irgendwas kompensieren muss oder so wie gesagt es gibt ein paar Tracks die taugen mir aber das ist schon sehr ausgewählt ich sag jetzt nicht pauschal okay ich tue mir das Kollegahalbum feiere jeden Titel weil da ist schon auch viel Zeug drin was ich nicht gut finde also wie gesagt es ist nicht so es gibt auch viele andere Bands und und Rapper und so die wirklich ja absolut und Tobak verzapfen aber es gibt halt dann auch Grenzen und gerade wenn es um sowas geht äh um um so ähm ja wie gesagt die Verbrechen damals und um Massenmord und so und da muss man halt sich dann wirklich fragen ob solche Vergleiche sein müssen er hätte ja auch irgendeinen anderen Vergleich ziehen können aber er wollte da halt möglichst krass sein und mit dieser Line halt auffallen ähm ja ich glaube auch dass es so ein bisschen Imagepflege ist und ich spreche ihnen ja nicht ab dass er jetzt grundsätzlich irgendwie schlecht ist aber ich meine als Jurist hätte man dann schon mal auf die Idee kommen können dass es vielleicht nicht so gut ist diese Line raus zu hauen aber es ist egal wie gesagt ich kann musikalisch relativ wenig dazu sagen ich habe ein paar Sachen mal reingehört ist okay aber ich bin jetzt nicht der größte Deutschrap Fan und deswegen ähm ist mir das eigentlich auch relativ egal was er verzapft hat was man vielleicht noch was mir jetzt abschließend noch einfällt außer ihr habt dann noch was ähm ist die Geschichte dass er Campino von den Toten Hosen ähm das fand ich ein bisschen bizarr muss ich ganz ehrlich sagen ähm auf der einen Seite richtig er ist auf die Bühne gegangen und hat äh gegen die ganze Geschichte gewettert und hat halt seinen Frust raus gelassen ähm wenn man aber mal überlegt dass die Toten Hosen ja früher mal eine Punk Rock Band waren mittlerweile aber jetzt so in dieser ganzen Glamour Welt mit drin sind und äh sag ich mal immer mehr in den Mainstream abwandern und äh immer mehr Musik machen die halt keinem mehr weh tun möchte und auch immer weniger dieses Punker Image äh hat sag ich mal dann ist das schon ein bisschen seltsam das passt halt irgendwie nicht zusammen das ist auch diese Doppelmoral die du halt jetzt auch bei Kollegah beobachtet hast ähm dass auf der einen Seite weißt du er ist da unten äh als Gast von der Gala ist da Kaviar und und Sekt und so weiter und und dann geht er da auf die Bühne und und spielt einen auf Punk hm ich weiß nicht und äh die Toten Hosen die haben kein Echo zurückgegeben die haben ja auch ein paar bekommen also so ist es ja jetzt auch nicht also von daher ich hab da so ein bisschen Problem damit weil irgendwie so Campino äh ja der muss sich halt irgendwie überall immer einmischen und überall irgendwie hier ja das ist mir auch schon aufgefallen das ist äh er hat jetzt bei so vielen Sachen ist er schon mit reingegangen und äh man muss auch wirklich sagen seine Band steht nicht mehr für dieses Punkliche und äh das ist einfach äh bei den Toten Hosen nicht mehr der Fall äh und die die ganze Geschichte weiß ich nicht ja also ich halte davon nix ähm was ich noch sagen wollte und äh bevor jetzt die ganzen Kollegafans und Farid Bank Fans hier in den Kommentaren Amok laufen oder wir böse E-Mails bekommen ähm grundsätzlich muss ich sagen finde ich die Idee weil es geht ja zum Beispiel auch viel um gesunden Körper und Training und äh Pumpen Fitness Muskeln und so weiter und so fort ist ja gut das ist völlig gut wenn Leute sich gesund ernähren wenn sie Muskeln aufbauen ist auch okay wenn sie ins Fitness ein Studio gehen sich bewegen ist auch okay allerdings das andere außenrum wenn es wirklich äh darum geht äh ja Minderheiten schlecht zu behandeln in irgendeiner Form wenn es darum geht äh Frauenfeindlich zu werden oder Gewalt äh zu Gewalt aufzurufen das ist dann auf jeden Fall der falsche Weg und äh man sieht zum Beispiel bei Materia zum Beispiel dass es ja auch ohne solche Lines geht und der ist super erfolgreich im Rap Business muss man wirklich so sagen also hm ich weiß ja nicht meine Meinung ja gut äh ich glaub Echo können wir auch abschließen oder habt ihr noch irgendwas ähm nee genau wie gesagt das war jetzt einfach nur ich hab das Bedürfnis gehabt mal in dem Podcast drüber zu reden äh hat eigentlich nichts mit Technik zu tun aber das wollte ich einfach mal in die Welt rausposaunen und da hab ich gedacht äh nutzen wir mal den Podcast dazu und dann kommen wir auch schon zum Ende mehr oder weniger das heißt ähm ähm der David hat ja noch was lustiges ähm hast du vorhin gesagt du musst es unbedingt hier reinbringen also so Stage is yours genau ja und zwar ähm hab ich ähm rein zufällig äh unter anderem auch über äh Arbeitskollegen eine letzte Seite entdeckt die nennt sich dreckstool.de und die Idee ist eben dass man sich einfach ärger über über seine über irgendwelche blöden Tools einfach Luft machen kann ähm indem man einfach votet was das größte Dreckstool ist ähm das wird jedes Jahr resettet die Seite gibt's jetzt schon seit 18 Jahren ähm ähm und es gibt äh da so ne Hitliste wie gesagt das ist sehr interessant ähm lustigerweise stehen äh in den Top ja doch noch in den Top 20 stehen 3 oder 4 IBM Tools ähm da bin ich ein bisschen leid geprägt äh weil wir das ja auch in der Arbeit einsetzen aber ähm ähm dementsprechend ist ganz lustig und ähm lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen es gibt da auch ne kleine Rubrik wo man auch dann sieht warum manche der Tools denn als Dreckstool bezeichnet werden und ja die History zeigt ganz eindeutig dass auf Platz 2 übrigens Internet Explorer mit 123.000 ähm ähm ja Bestätigung oder Hits eben ähm ähm ist auf jeden Fall lustig mal reinzuschauen und man kann ja mal die die Top 10 kann man ja mal nennen würde ich sagen genau okay also Top 10 Alltime oder dieses Jahr ähm machen wir Alltime ist glaube ich am interessantesten oder? genau dann nehmen wir mal also Platz 1 ähm nee fangen wir mal bei 10 an das war ein bisschen spannender okay genau ja klar Platz 1 ja stimmt auch schon okay ähm also Top 10 das war letztes Jahr war Top 10 Microsoft PowerPoint mit 35.546 Punkten direkt da drüber kommt der Microsoft Exchange mit 34.469 Punkten übrigens Outlook ist übrigens Outlook ist auf Platz 11 nur weil es dazu gehört hört mir ganz so ein auf Platz 8 ist Microsoft Visual Studio mit 48.629 auf Platz 7 wieder Microsoft Tool Microsoft Excel mit 57.000 ein paar gequetschten auf Platz 6 Microsoft Word mit äh was haben wir da 66.000 67.000 Punkten auf Platz 5 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 Microsoft 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 Project mit 101.152 Punkten auf Platz 2 der Microsoft Internet Explorer juhu äh achso genau die Seite muss erst noch laden nein Spaß ähm mit 123.000 4.000 Punkten auf Platz 4 und 1 Punkten auf Platz 1 auf Platz 1 auf Platz 1 IBM Lotus Notes mit 163.000 734 Punkten da sind sich alle einig dass das kein guter Not war von IBM das ist sehr sehr lustig was ich aber sehr krass finde ist halt dass die ganzen Office Produkte ich meine die sind weit verbreitet aber ich muss ganz ehrlich sagen ich würde das jetzt gar nicht so unterschreiben dass es ein Drecks Tool ist weil wer mal mit einer Alternative für Word oder Excel oder auch für Outlook gearbeitet hat der merkt relativ schnell dass die Alternative oftmals viel viel schlechter ist als das Microsoft Produkt aber das ist halt oftmals einfach der Ruf Microsoft hat halt oftmals schon so einen Ruf naja ähm ist jetzt nicht so der Innovator gewesen in den letzten Jahrzehnten das hat sich jetzt so ein bisschen geändert mit der Cloud und mit dem neuen CEO und so weiter und mit Windows 10 und Cloud und Gedöns aber wenn man mal überlegt so die ich meine das läuft wie du sagst ja schon einige Jahrzehnte die Seite ähm da wenn man mal überlegt wie früher Microsoft da stand dann war das ja eher so wirklich das piefige alte Zeugs und Internet Explorer ist definitiv ich frage mich warum da kein Java irgendwie auf Platz 1 oder Flash Player oder so wobei früher war das ja wahrscheinlich der heiße Scheiß ne du konntest da irgendwelche lustige Sachen im Internet machen also früher war ja wirklich der ähm ja der Flash Player das war Pflicht den zu installieren du hast die Kinder können sich gar nicht mehr dran erinnern ähm wir haben haben uns früher ja immer den Flash Player runterladen müssen naja früher in ganz alten Firefox Versionen konntest den sogar noch über den Firefox mit einem Wizard installieren also in Version 3 oder was das war äh mit Firefox äh das kennen viele ja gar nicht mehr ja ich find's so sehr lustig hab mal durchgeschaut dass von 2000 bis heute äh Lotus Notes immer in den Top 5 ist ja das muss schon was heißen das heißt glaube ich echt was ja also ich kenn's nur vom Sehen und das hat mir schon gereicht also das ist jetzt wirklich nicht so ansprechend Lotus Notes es ist halt IBM ne die können halt Server und so und Mainframes aber die können halt jetzt nicht wirklich irgendwelche Kollaborationstools ja da bin ich leider leid geprägt ja jetzt noch eine kleine Sache um an den letzten Tech Talk anzuknüpfen und zwar hattest du nämlich erwähnt du mit deinem Unlimited Vertrag da wolltest du Feedback geben ob du ihn behalten hast und wenn ja wieso oder wie es sich bisher geschlagen hat ach ja genau sehr gut dass du das nochmal aufgreifst ähm ja den hab ich noch und den werd ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen behalten und ja er ist teuer definitiv äh aktuell lohnt das sich für mich halt nur weil ich ihn halt auch ein bisschen als DSL äh Ersatz benutze weil halt hier das Internet so schlecht ist und aktuell bin ich auch trotzdem sehr viel unterwegs und dann bin ich eigentlich froh wenn es mir eigentlich scheißegal sein kann äh wie viel Daten da durchgejagt wird ähm ja bin ich gesperrt worden nein bisher noch nicht und ich habe allerdings auch jetzt im letzten Monat glaube ich gerade mal 100 Gigabyte oder so durchgejagt und äh vielleicht kommt jetzt jemand auf die Idee und sagt du hättest das auch mit Datenpässen kaufen können ja vielleicht schon und dann wäre ich vielleicht sogar ein paar Euro billiger gewesen aber für den Fall der Fälle dass ich wirklich mal richtig saugen muss oder der Internetanschluss hier ausfällt dann könnte ich halt wirklich komplett auf äh LTE umstellen wie gesagt wenn die äh Datenverträge in Zukunft noch ein bisschen großzügiger werden bei der Telekom oder äh es noch mehr Möglichkeiten gibt dann könnte ich mir sogar vorstellen dann wieder auf einen Volumenbasierten Vertrag umzustellen aktuell belasse ich es jetzt mal dabei und ja ich weiß es ist teuer und äh ich zahle es auch sehr widerwillig aber ja im Moment ist es für mich halt die beste Lösung und wenn die Telekom hier gut ausbauen würde dann hätte ich auch nicht das Problem dass ich wenn ich zum Beispiel hat man jetzt gerade wieder für den Podcast zum Aufnehmen musste ich halt einen Upload in eine Cloud abbrechen und solche Sachen äh wenn ich das halt nicht mehr hätte dann ähm bräuchte ich den Vertrag auch nicht aber so ist es halt so dass ich dann wirklich ab und zu noch wenn ich zum Beispiel was hochlade am PC dann nehme ich halt das Macbook und äh mache dann einen Hotspot und äh gehe dann übers Handy mit dem Macbook ins Internet oder ich habe auch jetzt in meinem Desktop PC noch eine WLAN Karte eingebaut und dann kann ich darüber dann auch äh surfen naja äh Macbook ich halte euch auf den Laufenden und wenn nicht dann denkt David ja dran von daher sehr gut genau und der Vollständigkeit halber Georg hat sich dein Druckerproblem mit dem komischen Drucker da eigentlich gelöst das würdest du auch noch sagen ja das hat sich gelöst ähm wir wissen jetzt nicht genau weil der Techniker hat es nicht genau reingeschrieben aber wir gehen tatsächlich bei uns in der Abteilung aus dass sie tatsächlich bloß das äh Netzwerkkabel getauscht haben krass ok ja Wahnsinn ja aber das ist gut QSO4U Update sozusagen nee das ist ja schon ein anderes Format Scheiße kann man gar nicht so nennen ähm Tech Talk Update genau äh Sachen die die alt sind nochmal aufgreifen jo dann wären wir schon am Ende und schon ist gut wir sind bei einer Stunde 51 Minuten aber das musste einfach mal alles gesagt werden und ich hoffe das war auch einigermaßen unterhaltsam ähm jetzt habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise ich habe es ja schon angekündigt am äh Anfang des Podcasts äh einmal werden wir die nächste Folge etwas früher produzieren der Grund ist so simpel wie einfach äh ich bin an dem Aufnahmewochenende nicht da bin ich mit Felix bei Rock im Park wer auch dort ist der kann ja mal gucken vielleicht sieht man sich ist ein bisschen unwahrscheinlich aber falls so der Fall ist ja sagt einfach mal Hallo das gleiche gilt übrigens immer wenn ihr einen von uns seht einfach mal ansprechen äh äh ist auch weird wenn man bei unter was weiß ich 100.000 äh Abonnenten angesprochen wird dann ist das sehr komisch aber man freut sich wirklich also ich habe mich zum Beispiel auf der Gamescom wann war das 2015 Georg du warst dabei ja 2015 hab ich mich wahnsinnig gefreut äh wo wir da angesprochen äh wurden äh von Zuschauern also wie gesagt könnt ihr ruhig gerne machen und äh das motiviert auch äh allgemein immer ganz gut so deswegen wir produzieren die Folge ein bisschen früher das heißt wir haben keinen aktuellen Bezug zum Monat also wir haben vielleicht wir ich glaube wir haben irgendwie warte mal ich muss kurz mal einen Kalender gucken ich glaube wir produzieren die dann schon irgendwie am 25. genau am 25. Mai äh und da wäre jetzt mein Vorschlag am 25. Mai tritt ja auch die Datenschutzgrundverordnung in Kraft die neue die EU Datenschutzgrundverordnung die im Moment für Chaos in Unternehmen Webseitenbetreibern und kleinen Unternehmen sorgt wollt ihr dass wir darüber reden wollt ihr dass wir vielleicht sogar äh mal noch ein paar Informationen zusammentragen oder sagt ihr oh nee das interessiert mich nicht das ist zu viel juristisch das ist keine Ahnung zu theoretisch macht lieber irgendwas anderes dann machen wir das natürlich gerne ansonsten würde ich versuchen da was zu organisieren äh was kann ich noch nicht sagen ich habe drei vier Optionen äh und ich hoffe dass davon mindestens eine Option zusagt und dann würde ich dann würde ich dann würde ich dann würde ich da was organisieren ansonsten gibt es eine ganz normale Folge einmal mit ein paar Themen aus dem Monat Mai vielleicht sogar schon Update zu Spectra äh Next Gen ich weiß es nicht je nachdem was ich da tut ähm und es wird das kann ich jetzt schon mal sagen ein bisschen was auch zum Thema Technik und Festivals geben weil das passt ganz gut bei Rock in Park und so jetzt geht die Festivalsaison los äh äh da möchte ich einfach mal drüber reden gut äh dann noch am Ende noch ein äh kleiner Gruß in Richtung äh Wolfgang vom FM Funk Magazin der liegt aktuell schwer krank im Krankenhaus und äh da schon mal gute Besserung von unserer Seite ähm wer den Wolfgang nicht kennt der Wolfgang äh ja ähm produziert die Beiträge bei uns auf der Website was äh äh Funk äh Funk betrifft Sprachfunk und äh auch ja Betriebsfunk und äh alles mögliche was zum Thema Funk eben gepostet wird wird von ihm verfasst und ähm der macht das nicht nur für Kurs O4U der macht das für eine sehr sehr große Community und deswegen schöne Grüße zurück und äh nochmal ins Krankenhaus und alles Gute und gute Besserung und äh wir würden uns freuen wenn du auf jeden Fall bald wieder schreiben könntest und ähm ja ich hab ins ins eine Forum mal geguckt in die Funk Basis das ist irre wie viele Leute da dran äh mittlerweile äh Anteil haben einfach an an der Krankengeschichte und da sieht man auch welcher wichtiger Teil du einfach bist in der äh Community die zugeben gegebenermaßen äh nicht mehr so groß ist was den Sprachfunk in Deutschland angeht gut ich würde sagen machen wir für heute Schluss habt ihr noch irgendwas was ihr loswerden wollt ich auch auf jeden Fall gute Besserung an den Wolfgang und ähm an Ansonsten wäre ich auch soweit fertig genau von mir aus auch noch mal alle Besserungswünsche an den Wolfgang und ich hätte nichts mehr anzumerken super dann bis zum nächsten Mal ich hoffe auch wir kriegen mal wieder hin zwischendurch noch ein Video rauszuschießen aber so Sachen wie eben die DSGVO oder auch andere äh Unternehmensgeschichten die bremsen nicht so ein bisschen aus aktuell Videos zu machen für Kurs O4U selbst ähm ja das ist halt leider so aber den Podcast den möchte ich auf gar keinen Fall ausfallen lassen ähm weil wie schon eingangs gesagt wenn du einmal schluderst dann schluderst du wahrscheinlich das ganze Jahr über und deswegen möchte ich versuchen wirklich jede Folge rauszubringen und dann macht mal eben solche Moves wie jetzt mit äh Rock im Park dass man es einfach früher produziert und äh dann wird es hoffentlich automatisiert veröffentlicht und nicht wie beim ersten Mal wo das dann direkt in die Hose geht in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und ciao Servus Ciao Ciao Vio Servus 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 우ök Vielen Dank.